0-3-0 Uncut Herzlich Willkommen bei 0-3-0 Uncut Wir bleiben weiter auf der Ostseite Berlins und bringen euch heute wieder einen coolen Breiter aus den frühen 90ern In dieser Episode tauchen wir ein in die einzigartige Welt von unserem alten Freund Rhythm Yo, was geht ab Dicker? Schön, dass du da bist Hallo und guten Abend, es freut mich Ja man, Bigger, Bigger, Bigger Also fangen wir an, aus welchem Bezirk kommst du und wo bist du aufgewachsen eigentlich? Ich komme aus Treptow und bin da aufgewachsen in, kann man ja sagen, im Baumschirmweg Was auch relativ gut war für mich, weil wir ja einen Grenzübergang hatten zur Sonnenallee Und somit auch quasi, glaube ich, gleich nach der Maueröffnung auch schon Text bei uns Also ich hatte quasi relativ früh nach Mauerfall schon Sachen gesehen, von denen ich vorher wusste, dass es sie gibt Also ich habe das erste Mal real gesehen Und bis dahin, oder bis, wie sagt man, da waren mehrere Leute Damals hatte ich ja immer jeden interessiert Seit wann kennen wir uns? Seit Ende 92 oder so, war? Ja Erstes Mal? Ja, ja 92 Ich glaube, schon ein paar Mal gesehen Und dann, glaube ich, wie war denn das? Ich glaube, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, ne? Thor, glaube ich, bei dem warst du damals gut connected Auf jeden, das war mein Lehrer eigentlich, der Erste Ja, und der war damals der Schüler von Kobold, hier von Kaff, ne? Genau Und das war so ein Schnittpunkt, weil der hat nämlich auch mit den Real-BCs im Osten abgehangen Hier in Köpenick, weißt du? Auf jeden Fall Moment, wo waren die Real-BCs? Na, das waren die, also die, die wirklich als erstes BC im Alter haben Achso, okay Und das waren Jungs aus Köpenick Das waren wir Genau Ja, wirklich, ist so Aber wir reden da jetzt von 92, 93, also Genau, ich bin erst 94 reingekommen eigentlich, oder 93 93, glaube ich, ne? Da war nämlich unser erster Kennenlernabend War ja quasi für akut legendär Das ist ja immer in meinem Gedächtnis geblieben Und zwar, jetzt kommt da eher so, scheiße, scheiße, erzählt nicht Doch, Mann, müssen wir haben Jo, Alter Und zwar, pass auf, ich hab mir so ja den Namen besorgt In der Mansarde war das In Hirschgarten Oh Mann, Alter, oh Mann Ich glaube, Pei hatte Geburtssach Jetzt kommt er Pei hatte Geburtssach Seinen 18. Und der hat damals so einen weinroten Fiesta gehabt Also Führerschein bestand in 18 und hat so einen weinroten Fiesta Und hat genau vor dieser Party-Area vor der Mansarde abgeparkt Und war dann aber steif und meinte so Jeder kann mal in sein Auto taggen Gänsehaut Jeder kann mal miese Tags an sein Auto machen Akut, nimmt die Dose So eine Spava-Gab, Digga Also, weißt du, so ein Fettgab rauf Und der so, ist Fettgab, ja, okay Und macht so einen Tag, einen Flytag, Alter, das läuft so mies runter Die ganze Autos im Arsch Und er guckt so, was machst du? Und der so, ist Fettgab, Mann So hab ich ihn quasi Das war der erste Abend, wo ich ihn kennengelernt habe Und der war auf jeden Fall, ja, war auf jeden Fall lustig Und auch heute wissen noch einige Leute Wenn man drüber spricht, ist es auf jeden Fall lustig gewesen Geile Nummer Das hab ich voll vergessen eigentlich Ja, na, warum auch, wa? Du warst doch nur froh, dass keiner eine Kamera hatte Das auch noch fotografiert hätten Die Frage ist ja, was hat Pei mit seinem Fiesta gemacht? Ey, diesen Fiesta haben wir so auseinandergenommen Wir waren überall da mit dem Ding Ja, ich glaube, die Rückfahrt mit der Bahn Die war auch, ja Wie sagt man immer, früher konnte man immer Die Kanäle früher an den Brücken Die waren auf jeden Fall immer vollgesät Von so S-Bahn-Bänken Die konnte man auch mit so zwei Handgriffen Zack war die raus Und dann immer schön ins Wasser schmeißen Yeah Zerstörerische Jugendliche Aber dann muss man sagen Wir haben uns ja nicht Wir sind ja nicht zusammen Wir haben ja nicht zusammen gekornert Oder haben zusammen abgehangen Sondern du warst ja mehr so der Part Tour Und die BCs Und wir waren ja quasi so ein bisschen Ja, schöne Weide mäßig so unterwegs So im Nirgendwo quasi Zwischen den Kaffern und den Ostkreuzern So ein bisschen so, weißt du Aber mit so einem West-Einfluss Über Sonnenallee Und die SRS-Leute Hier so Cry und Paris und so Weißt du, die haben halt in Diene früher auch noch Die haben halt für die ersten Tags gemacht So im Baume Weil die da auch gleich angefangen haben Zu verticken, weißt du In so einem Keller war dann Konntest du schon 1991, 1990 Bon rochen Und die haben das quasi so Zu uns gebracht Aber wir sind uns, wie gesagt Ja immer wieder mal über den Weg gelaufen So, weißt du, bei Tags machen Oder auf irgendeiner Veranstaltung Auf irgendeiner Party Da hat so Immer gut verstanden auf jeden Fall Ja man, das war immer fresh Ich glaube, wir hatten auch immer genug Schnittmenge mit Leuten so Wir hatten nur diese eine Aktion Köpenick, weißt du, wo 300 Leute Aufgetanzt sind Ja Le Miserable, würde ich sagen Eine sehr miserable Situation Für alle Ja man, das war ein schöner Abend Du, es gab Abende Wo wir irgendwen verprügelt haben Und nächsten Tag Stand Reinhard Mann Auf der Warschauer Brücke Mit Eisenketten, Stangen und Beil Und wir mussten über die Line abhauen Weil wir mit Hightower und so Auf irgendeiner Party Irgendeinen Typen vor dem Fressbrett gehauen haben Und dann ging es richtig ab Oh Mann Und Hightower konnte ja die Leute Immer mit seinen Armen länge Konnte der die immer schon so Auf Abstand halten Das konnte ich ja ja keiner boxen So, weißt du Was ist aus dem eigentlich geworden Aus Hightower? Oh, keine Ahnung Habe ich zwischendurch mal irgendwann so kurz gesehen Aber habe ich aus den Augen verloren Wie so viele Ich sag mal Wir waren immer in der Linse früher Da war ja, sag mal Kann mich an einen Abend erinnern Da war ich sogar auch mal Ja, da war ich sogar auch mal Ja, genau Der Schnittpunkt Der uns Da war jedermann Ja, aber der uns da hingebracht hat War Kerry von BC Der war damals noch nicht BC Sondern FAS aus dem Osten So, weißt du Und der hat aber auch gebraked Und der war dann immer in der Linse Zum Breaken Und das war der erste Den wir kannten Der uns gesagt hat So, ey Da ist so Breakdance Da gehen wir mal hin So, weißt du Und dann hat sich über Jahre War das so Korner Alle haben sich getroffen Dann bist du mal da hingefahren Wie sagt man so Einen Abend sind wir mal da hingefahren Alle Im Waggon vor uns saßen so Trasher, Akim und so Weißt du Und da haben wir uns noch nicht gekannt Und dann war so Okay, krass Und dann sind wir in die Linse gegangen Zum Beispiel Da hatte Hightower dann einfach Hunger Und da war diese Was war denn die Kaufhalle Kaisers Da hat er einfach so eine Eisenbank Reingeschmissen In diese In diese Kaufhalle Und hat sich ein Knoppers geholt Hat sich ein Knoppers geholt Und dann sind wir wieder rein In die Linse Und also okay Was war das jetzt so Ja, aber er hatte Hunger So, weißt du Das ist geil Und da haben sich dann alle so Connected Da hat mal der Text gemacht Und dann haben die gesehen Und dann war wie gesagt Diese Rückfahrt Von so einem Linsearm Dass nur wir einen Marker Weil wir hatten aber Trasher zum Beispiel nicht Und so Und der hat uns gefragt Ob wir ihm mal einen Stift Oder den Marker hängen können Und dann hat der Text Für uns mitgemacht Ohne dass wir Vorher quasi gesprochen haben Ihr so Oh, er kennt uns Alter, krass Zu der Zeit war das so Ha Ich muss morgen erstmal los Mit der Bahn Muss ich noch den ganzen Tag fahren Und mir die Texte angucken Weißt du Aber das hat man sich Das war ein Wert Also dass So jemand Ja Ihn für vorgenommen hat Und Und das Ganze war halt Auch noch eine relativ kleine Szene Eigentlich lustig Weil die Szene war eigentlich Recht klein Man ist ja relativ schnell Wahrgenommen worden Ja, schnell ist gut Sag ich mal Ab einer bestimmten Zeit Weil Sag ich mal Die Mauer fiel Und dann war jetzt erstmal nicht Also für uns war Die Variante Wir gehen mal irgendwo hin Und irgendeiner zeigt uns was Stand nirgendwo Hat keiner gelesen Wusste keiner Man wusste die Bilder Die man dann gesehen hat Das ist das Aus Beat Street Krass so Ja, aber Man hat ja schnell mitgekriegt Okay, geh mal schnell In den Westen Ist nicht so Weißt du Also selbst Mit der hässlichsten Ostklamotte Wurde es da abgezogen Weißt du Also es war Du hast nicht stattgefunden Und so Orte wie Hallesche Tor oder so Das war ein Geheimnis Da war keiner Dann hat er gesagt Ja, da musst du da Die aussteigen Ne, mein Kumpel kam Nach Hause Und hat dann so Wir haben immer Fotos Zu Schlecker gegeben Und dann da außen Den Kasten aufgeknackt Weißt du Und da waren dann Fotos dabei Wo ich gesagt hab Alter, wann warst denn du Hallesche Tor Wo ist denn die Wand Also mein Bestand Er so Kann ich dir nicht sagen Und da war so Weißt du Ich muss erst mal so rausfinden Und dann war es auch so Dann ist man da hingefahren Sein Beutel durch Und dann hattest du so Nö Malik auf jeden Fall nicht rüber Weißt du so Ja, da waren krasse Pieces Da musst du ja schon Auch was drauf haben Um da irgendwo malen zu können Weil wenn du da Als teuer angekommen bist Alter, war das gar kein Thema Und das war für uns Ostler Noch ganz weit Der Weg Bis zu diesem Hallescheid Was für euch schon Standard war War für uns noch so Deshalb sag ich vorhin Wir waren so zwischen Diesen Kaff-Region Und der Ostkreuz-Region So genau in der Mitte Und quasi mit den Beginn Also die Kaffer Wenn ich mit meiner Mutter Mal früher mit der Bahn gefahren bin Dann hast du die auch gesehen Wie die tagsüber Alleinmalen Das waren einfach prägende Sachen Ja, Cutter und so Naja, das ist ja Das ist noch ein bisschen später Cutter Der kam erst später dazu Aber Steak Kobo und Cutter Das war später Ja, das war später Aber Kobo Duke hat der sich gehört Genau, Duke war der So sind Kobold Sachen Und die Duke Sachen Vom Anfang an Ja, dann die Steak Sachen Die waren sag ich mal Auch schon so Uh Miese Miese Kisten Hat man da mal gesehen Aber wir waren uns Irgendwie am Anfang Immer relativ unsympathisch Weil die Sag ich mal Für uns war der Eindruck Die denken so Sie sind was besseres Also waren sie auch Aber wir waren so Weißt du Wenn du anfängst Und denkst so Ja, was wollen die mir erzählen Alter So, weißt du So Ne, und dann Durch einen dummen Zufall Haben wir quasi An diesen Äh Am Alexanderplatz War 92 So ein So ein Bauzorn Der bemalt wurde Und da Durften ich und Wommen damals Mitmalen Aber wir hatten Irgendwie so Also wir haben quasi Ich glaube ich Vorher drei oder vier Bilder gemalt Und neben uns Haben dann so Basok Hicks und so gemalt Und die Kaffer Und auf der linken Seite Von uns Haben quasi Prints of Art Gemalt So ein paar Jungs Aus Wedding Und so Also quasi Wir standen da So im Ost Anorak Und das waren so Bomberjacke Hightechs 501 in Grau Messer Knarre Alles bei Und wir so Aber die waren Richtig cool zu uns Die haben sich gefreut Dass wir aus dem Osten Malen Und wir waren so Krass mit denen Connected Also ohne dass Die uns abgezogen haben Muss man wirklich sagen Jeder andere hätte uns abgezogen Dass wir Jahre Danach mit denen Noch gechillt haben Mit denen richtig Viele Ufträge gemalt haben Messick war der Einer So ein Gangbanger Aus Wedding Und der andere Hat Scene gemalt Nee Soon Und der konnte so Charakter Und richtig miese Sachen Mit denen hab ich dann Auch meinen ersten Train gemalt Und so Und mit miesester Bot Action Und das ganze Programm Aber das war quasi Der erste Westler Ohne dass wir uns Ost-West so Das im Kopf hatten Äh Aber die sind dann Andere Schiene gefahren So weißt du Aber die haben uns quasi Ermutigt Sag mal Durch diese Ja Lasst euch hier nichts sagen So weißt du Wenn irgendjemand Stress macht Sagst du einfach Messick aus Wedding Kommt Und so weißt Und wenn du mit dem Auf einer Party warst Dann Wie du so kennst Aus Filmen So Bomberjacke Da hinten So weißt du Und richtig erstmal Auf dicke Eier So da durchgehen So und Das hat uns Sag mal Ein bisschen so Vielleicht auch Ein bisschen Mut gemacht Dass man sich nicht Ja so auf der Nase Rumtanzen lässt Aber die waren ja halt Keine klassischen Writer Und diese Suche nach Leuten Die man so Wie wenn wir uns akut Oder so mal treffen Ja das ist ja Ein Zufall gewesen So ne Ist jetzt nicht irgendwie Bekannt gewesen Dass jeden Morgen Eine Party ist Oder sich alle Leute treffen Das waren eher Zufälle Und die hat man dann auch Zu schätzen gelernt So diese Krass Ich saß mal in so einem Waggon Nach Richtung Ostkreuz Auf dem Abend Also ich hab ein bisschen Rausgeschlichen zu Hause Und dann saßen Nach Jasset Und pennt in der S-Bahn In so einer Nach Spindersfeld So eine schöne Niete So eine schöne Quietschende Und wir sind ja gerade Ostkreuz am Layup Vorbeigefahren Und da meinten die Ah der Holkar von gestern Steht drin Dann können wir den noch Zu Ende machen Und wir so Wer ist das Krass Ausgestiegen Nächste Station Zurückgefahren Vorbeifahren Krass Das war Jasset Und pennt Und wir so Da hat man sich erstmal erfreut So aber So Und dann wie gesagt Wartlubik Ja wie will man da Weitermachen Das ist alles so Es ist alles Sehr viel In sehr kurzer Zeit passiert Heute kann man da drüber Natürlich So ein bisschen Ferner rüber gucken Aber damals Muss man ja sagen Ist das alles Oder alles relativ schnell passiert Und so ein Schneidepunkt War immer Sag ich mal Sank Sag ich mal Du bist Akut Du bist ja auch Dann irgendwie Weiter gewechselt Ich glaube Du hast eine Zeit lang Mit Bock gechillt So hier Auch aus meiner Hut Genau Bock und Mann Also Tex Auf jeden Fall Ich hab gerne mit denen gechillt Die haben richtig Für Ostler Haben die damals Richtig mies viel Bombings gemacht Also Silber, Hitze, Rot Oh Mann Ich hab dich so gefeiert Also die haben echt Die haben auch Mutige Stellen sich genommen Weiß ich mal Digga Aber wirklich Auch hoch mit Leiter gleich Und so Und die waren Die waren richtig Aber erstmal war ich Unterwegs immer mit Akte Und so Weißt du Den Leuten In Alt-Klinike Ja Und seinen Kumpels Da von TLB Ja genau Im Come-In Auch noch Ja ja genau Genau Wir haben ja immer Steak und so zugeguckt Also Kobold und so Bei der Hall of Fame Adlershof Weißt du Kennst du ja noch Ja na klar Und die Disco Natürlich immer Weißt du Ja Und dann Dann hab ich Kim kennengelernt Weil der Adlershof gewohnt hat Weißt du Richtig Und dann hat das angefangen So Dann hab ich auch Bock kennengelernt Und die ganzen Leute Also Trash Bova Jazzit Natürlich So ihr Und diese ganzen Jungs Weißt du Ja genau Hat sich so entwickelt Auf jeden Fall Aber mit Bock und Mann Hab ich voll gerne geschillt Die waren voll nett Die Jungs Und haben krass gebombt Auf jeden Fall Für ihre Zeit So underrated Über die reden die großen Namen Nicht so Aber im Osten Sag mal Im Osten so Jetzt sag mal Abseits von dieser Ostkreuz Richtung Bornholmer Strecke Und nach Marzahn So War ein Mann Bock Und Blow Kennst du bestimmt auch noch Diese Blow Sachen B-L-O Auf jeden Fall Blow war immer Auf jeden Fall War ein mieser War ein mieser Bomber Alter Redet heute keiner drüber Aber die haben Auf jeden Die sag mal Die waren Für unsere Region Haben die echt viel gemacht Und daran haben wir uns Erstmal so ein Hoch erarbeitet Warum meinst du Ist das so Dass darüber Kinder Dass über die keiner redet Na die malen halt nicht mehr Die haben auch aufgehört Nachdem sie Teenager waren Sag mal so Die waren dann 18, 19 Und dann so Oh ja Graffiti interessiert mich nicht mehr Ich hab jetzt Arbeit, Family Wie es halt so ist Für die war es nur ein Hobby Aber trotzdem waren sie ja Ja ihrer Zeit voraus Weil sag mal Diese Blow Sachen Waren schon Krass Alter So Und der konnte ja aber auch Der hatte noch so einen anderen Namen Mit denen hat er mal Styles gemalt Und zwar Seven Up Hat der Da war mal Treptauer Park Wenn du in der Brücke Einigefahren sie Ach das war der Ja Mann Das war der Da bist du mal Ist so ein buntes Seven Up gewesen War über fresh Das war auch er Und der Ja hat dann irgendwann aufgehört Und so Wir haben eine natürlich aufgehört Und dann hat man auch Dieser Schnittpunkt Mann und Bock Kam auch aus meiner Hood Deshalb mussten wir immer Uns auf dem Bahnhof mit verstecken Weil die hatten Stress mit Mock und Doss Und Seeol Und die haben immer Auf dem Bahnhof gechillt Und wollten die mal abziehen Aber wenn wir auf dem Bahnhof gekommen sind Haben die uns natürlich auch abbezogen Weißt du Also kurz Wir müssen einen anderen Bahnsteig Über Fernbahnhof Von außen reinklettern In die Bahn So weißt du Weil ich stand hinterm Biefi-Häuschen Neukölln Als Ticket uns so da gemalt haben Und wir sind da Eigentlich zum Taggen Weil ja die Ringbahn da aufgemacht hat So Wie so Ey komm wir fahren ein paar Tags machen Und dann so investen Und dann fährt die Bahn so Neukölln Alter krass Da unten mal ein Ticket So Poet und so Aber ist Bahnhof Neukölln Wieder zurückfahren dann Von Hermannstraße Und dann so hinterm Biefi-Häuschen So runter gucken Und dann so einfach nur den Kein Foto machen Hoffen dass von da unten Keiner nach oben guckt Und sagt Kick mal Ne so Also das wusste man damals schon Da bist du jetzt nicht hingegangen Und hast gesagt Jo geil Ihr macht Graffiti Könnt ihr mir mal was erzählen Sondern da warst du dann abgezogen Also mit den Leuten Konntest du jetzt kein Ja Gespräch da führen Da hatte man also Den nötigen Abstand Sollte man da schon gehabt haben Zu der Zeit Auch wenn alles so seine Richtigkeit hat So jeder lernt aus diesen Ja aber es hat immer ein bisschen gedauert Dass man sich da irgendwie Reinge Also man musste schon auch ein bisschen So bei der Sache bleiben Weißt du Dass du dann irgendwann auch Auf die Agenda gekommen bist Genau Das ist der Unterschied Früher sag ich mal Gangbanger Die haben auch die Graffiti Sprüher respektiert Guter Punkt auf jeden Fall Weißt du so Also Saeed Der wusste auch Wer ist ein Odem Oder sowas Weißt du so Die haben gesagt Alter Wir respekt Die Gangbanger haben auch Die sagten Ja aber das ist ein Der malt richtig geile Graffiti Der hört zu uns Weißt du so Das war oft ein fließendes Das war ein Zusammenhang Genau Da war ja auch immer noch der Gedanke War ja eine relativ kleine Kultur Und man Man wusste Man ist damit ja auch Auf jeden Fall Seinen Klassenkameraden Überlegen Alter Weil die machen hier Fußballspielen Und Tischtennis spielen So Verpiss dich mal So weißt du Wir mal in Züge an Und wenn du so Da war man so ein Elitärer Kreis Man konnte mit seinen Kumpels So über Actions Abends sprechen Aber in der Schule war das so Möchte gar nicht Dass das irgendeiner weiß So Und dann Und wie gesagt Da wusste man Um überhaupt akzeptiert zu werden Muss man erstmal was leisten Also dieses Leistungsprinzip war Um aufzufallen bei Graffiti War sofort klar Nicht durch Masse Für uns Weil ja noch relativ viel sauber war Die Wände waren ja relativ noch sauber Als wir angefangen haben Da war dann also klar Man muss Fresh Also richtige miese Dinger raushauen Wenn man auffallen will Da war noch nicht der Gedanke Welche Stelle malig So Und dann hat man sich Reingetastet an die Sache Und jeder Step von Leuten Die man kennengelernt hat Deshalb sind wir dann wieder bei Bock Und Bock ist dann wieder der Schnittpunkt Nach Ostkreuz Und Bock und Bova Haben eine ganze Zeit lang Ganz viel gemacht Und Bock und Leit Haben dann eine ganze Zeit Viel gemacht Mit Bova Da schließt sich dann eben wieder Der Kreis Und Jeder hat so seine Ja so Seinen Part dazu beigetragen Aber was ich vorhin nochmal Wirk nochmal drauf eingehen wollte Na Senk Sag mal War der Da möchte ich immer sagen Mein Lehrer Ja Nicht jetzt Vom Malen Wie wir jetzt hier in Peace malen Sondern der Lehrer In Der hat mir gezeigt Wie das Game Wie man sich benimmt Ja genau Und Wie man so Coolen Train macht Wo man coolen Train macht Wo man Dosenwrecken geht Und wie man sich sein Leben finanziert So die normalen Hustle Und ich war ja in Ostler Ne Darfst du nicht wissen Und das war so um 94, 95 Und Senk war halt bei uns immer Zellschriften und Pfandflaschenwrecken und sowas Und wir haben uns Bestimmt ein halbe Dreiviertel Ein Jahr lang Jeden Monat Einmal so auf dem Bahnhof gesehen Und keiner hat mit dem anderen nicht gesprochen Aber man wusste Das ist ein Sprüher so Der hat eine 501 an Escapes Basecap Ne Und genau das gleiche Dachte der über uns Und irgendeinen Abend Standen wir mal auf dem gleichen Gleis Und dann so Hm scheiße Wir stehen nebeneinander Und wir sitzen da so Gerade eine Buffed Wollten eigentlich ins Knark fahren Und haben aber vorher Ein Backjump gemacht Treptower Park Im Pendelverkehr Und dann quatscht er uns an So Was macht ihr hier Und wir so Wir haben gerade ein Pendel gemalt So voll Wir haben gerade ein Pendel gemalt Und warten auf den Ja geil Guckt mir mit an Ja Und dann so Hm Und dann so Ja was macht ihr Also kam der Pendel eingefahren Der hab ich leider nicht auf Foto Also ich hab ein Foto Aber das ist nicht wert Kann ich dir sagen Foto hab ich auch Zu maßen Ja zu maßen Und dann meint er so Ja wollt ihr mitkommen Na Ostkreuz Ich treffe mich jetzt mit den Jungs Und wir fahren zum Reistag Zu diesem eingehöhten Reistag Ach das Ding Stimmt ja War dieser Ja genau Und mein Kumpel sagt so Ach nee Ich muss nach Hause So Und ich sag Komm mit Ich hatte zwei Dosen bei Ich sag Was soll Also ne Und dann kamen wir Ostkreuz Und dann war Voll mit Ballett Alle Und dann ging's los Zu diesem Reistag Und das war ja Auf jeden Fall So Heute wirst du sagen So ein Hangover Wie vom Film So ne Hingefahren so Oh der hat zwei Dosen bei Und dann war der Waggon War eigentlich Du konntest Reerdieren Ja Alter Alles voll gebombt So Und dann waren wir Den ganzen Tag So Mies Oder den ganzen Abend Da am Reistag Und also da muss ich sagen Da ging's nicht um Wer malt was Sondern erstmal Bist du ein cooler Typ Und für uns war das dann so Und das war so Alter Da wollte man Immer mal teilhaben Und so gucken Wie Wie erleben die das Oder wie sind die so drauf Ne Man kennt die Pieces An denen man jeden Tag Vorbeigefahren ist Und die man Ohne Kamera Ja musstest du vorbeifahren Dass du dir die Ne Anguckst Und Und davon hast du gelernt Weißt du eigentlich Dass Zone Zone war Jetzt fällt mir das Es sei denn Zone Hat mich zum ersten Mal Zum Dosenrecken mitgenommen Biestdorf Süd oder so Weißt du in diesem Baumarkt da Der Jute Ich glaube der wurde auch ständig von Care Und so besucht Mit dem Seesack und so Also wie gesagt Man kann so vielleicht umfassend sagen Dass all die Sachen Die man Erlernt hat Über die Jahre Die Erfahrung Die man gemacht hat Ob man abgezogen wurde Oder dann auch Daraus gelernt hat Entweder ich halte mich fern Oder ich ziehe selber ab Das ist halt Sag mal Immer so ein Werdegang Sag mal Und meistens hat man sich dann Dafür entschieden Gut Ich möchte Ich möchte in diesem Game Auch weiter bestehen Ohne dass ich jetzt sage Es ist ein Game Oder damals gedacht habe Es ist ein Game Aber ich lebe das Naja du willst das ja machen Du willst das machen Also musst du dich damit auseinandersetzen Also musst du da irgendwie auch durch Sozusagen Genau Man muss sich da arbeiten Und dann die anderen Ist nicht über Nacht Also wie sagte man Ich kenne auch viele Die dann ausgestiegen sind Irgendwann Weil sie gemerkt haben Okay das ist unangenehm Und das nervt Und hier nervt Und was vielleicht auch schlau sein mag Wenn du sagst Ich möchte mit den Leuten nicht abhängen Aber die haben dann auch Das ganze Ding gelassen Weißt du Auch wenn sie talentiert waren Haben sie es dann eigentlich gelassen So und waren dann so raus Weißt du Aus dem Game Also was anderes gemacht Cool sagt immer Fame kommt nicht über Nacht Ja Da kann man sich auch Durch Ne also Dem muss ich auch sagen Der war quasi der Ja man musste wirklich arbeiten Also das ganze Programm In den S-Bahn Tags machen Outsides Alles weißt du So irgendwelche Dinger Man musste sich wirklich hocharbeiten Da hat dir nicht mal einer gesagt Wie du die Tür aufkriegst Oder so weißt du Also nicht mal dafür Gab es so ein Flugblatt Hallo Also die Tür während der Fahrt Ein YouTube-Video Du musstest ja manchmal erst ein Stück fahren Und dann ging die Tür wieder auf So weißt du Ja stimmt Aber das hat man alles so gelernt Sag mal Genau Und dadurch dass ja jeder Der das gemalt hat Mit dem gleichen Enthusiasmus Die gleiche Idee dahinter hatte War man halt so Ja Das war was Besonderes Und da hat man Das auch zu schätzen gewusst Und das ist am Ende auch Das warum das so übergreifend war Wo sich verschiedene Charaktere Wie Gangbanger und Writer Dann ergänzt haben Und das hat Dann kam aber da noch dazu die Wende So und dann kamen die Aussies Quasi mit drin in dieses Game Und sind quasi Ja so wie sagt man Erstmal ein bisschen überfordert gewesen Viel Neuheit Viele Leute Wo will man hin Das war ja auch so Man ist ja Teenager So man will ja auch eine Richtung finden Und aus all dem Hat man dann Jahre später Sich Das Umfeld Die Freunde haben sich daraus entwickelt Über Jahre sind welche weggefallen Aber ich habe heute noch Bin heute noch down mit den Mit meinen Jungs von früher Kann ich immer sagen Mit Pool Den kenne ich nun schon seit 92 Und wenn andere Und wenn andere Mit dem war ich auch unterwegs damals V und er Auf der Erkner Line Ja V Erzählen auch nicht viele Aber im Osten So Vorreiter von CBS Würde ich sagen Mit TOL Haben die damals gemalt V war schon Der hat schon so Styles gemalt Die waren schon anders Der ist so aufgefallen So Aber Heute reden nicht mehr so viele So Avantgarde Ist lustig was du gerade gesagt hast So mit 15 16 halt rausgehen Die Welt neu entdecken Irgendwie Und Ich finde diese Zeit Hat uns so geprägt Durch Hip Hop Und Writing Und Bomben Und so Dass Eigentlich alles was davor war Ist eigentlich recht unwichtig Also aus meiner Schulzeit kenne ich höchstens noch Zwei Die geblieben sind Und die hatten Im entfernten Sinne auch Was damit zu tun Mit Writing Ist lustig Habe ich gestern erst mit meinem Arbeitskollegen darüber gesprochen Und habe ich mir gesagt so Eigentlich aus meiner Schulzeit Kenne ich bis auf Org Mit dem war ich zusammen im Kindergarten Und von der ersten Von der ersten Klasse bis zur zehnten Ah okay Alles klar Aber ansonsten kenne ich aus meiner Schulzeit Aus der Zeit niemanden Niemand nicht Auch nicht Und Senk war Da können wir gleich wieder anschließen Senk war dann quasi der Schnittpunkt zwischen West und Ost Der war cool mit den 35ern Da war er selber 35 Und war natürlich auch bei SRS Ne So Und der angesehene West Gang mit Historie und so Und der hat uns dann quasi geconnectet so Mit Rest Über Rest War dann plötzlich irgendwann mal Ich glaube den waren wir damals bei Vier Auf der Party kennengelernt glaube ich Weißt du Mies Diese Party Weißt du noch Die Party von Vier In der Weserstraße Da auf der Ecke Treptauer Park Ganz genau Alter Kennst du Weißt du auch noch Da war die dicke Party Und dann gab es irgendwie Einen kleinen Tumult Und dann wollten die Bullen Kamen noch Kripo Oder hier ziften oder so Und die haben noch vier festgenommen Mit Handschellen Auf dem Rücken Draußen Davor Riesenmeute Dicker Und dann kam Moos Mit einer Feuerzeugpistole Und hat die einfach mal gezogen Und dem Kripo-Typen An die Schräfe gehalten Und hat gesagt Der soll vier losmachen Und was hat der gemacht Also heute hätten sie sich erschossen Damals hat er einfach vier losgemacht Und dann waren alle weg So krass Und ich so Krass Moos hat den Knarre Und dann so Ja Feuerzeug Krass Alter die Party hab ich vergessen Alter Das stimmt Die war auch nicht lang Nein Ganz kurz Also die Party ist absolut gefloppt Alter Aber da waren auch alle Auf jeden Fall Ja 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 Da waren alle Aber Moos hat den vorher abgeschossen Auf jeden Fall Überleg mal Wo das heute machen So Dicker Im Ansatz Bumm Auf jeden Das ganze Da haben die schon damals Viel durch ihn lassen Also wie oft auch So man die bedroht hat So mit Knarre Oder sonst Also heute Könnt's das nicht machen Die würden dich sofort erschießen Also am Anfang noch zugute Wussten die Volkspolizisten Nicht mal was Graffiti ist Genau Wie die Eltern zu Hause Auch nicht Volkspolizist Ja dicker Also wie so Der klassische Simpsons Polizist So wie so 150 Kilo Donut So Volkspolizei So Oh halt Oh Rennen Oh ja kein Bock Ja ja Hat sich ein bisschen geändert Aber Und die wussten damals Zu der Zeit Als die Mauer gefallen ist Auch nicht das Was Graffiti ist Und die die da waren Mussten ja auch noch Bock haben Und Pipapo Und Tralala Also ich sag mal Für die Generation Aus West-Berlin Damals Schlaraffenland Total Also wer damals In dem Alter war Dass er gecheckt hat Ja der Dicker Da drüben gibt's Züge Da fahren wir mal hin Wie das dann noch Einige im Acht haben Ja Äh Ist doch mega Wünscht man sich doch Alter Da haben wir alle von Gezehrt Von diesen Von diesen Dingen Die man Wie sagt Hat man eine Freistunde Äh Und bin Zum Bahnhof Spindlersfeld gefahren Und da stand ja quasi Rechts vom Bahnhof Immer noch so Ein Vierereinheit Nieten Und auf der Rückseite War der Äh Beises Soar Six Äh Und Ja ja Der Gegenpart zu den Jack Colecaster Den haben wir uns einfach Weiß ich noch Ich weiß es war Sonne geschienen War übelst Frost Winter Und dann einfach Andere Seite Von der S-Bahn Rausgehüpft Über den Zaun Hat ja damals Niemand interessiert So Dass wir da mit Schulrucksäcken Und uns einfach Dann die Pieces Angucken So Wenn man Fotos sich anguckt Denkt man Wie Ghetto Es war einfach Für die Leute Die waren weder Darüber informiert Noch Hatten die Bock Darauf Oder Also die hatten Andere Probleme Das wusste keiner Es war einfach So ein Das war so ein Das wussten die 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 Züge putzen Die das langsam Nach Also die die gemerkt haben Wo ein Schaden entstanden ist Weißt du Die sich damit auseinandersetzen mussten Ja Als es dann erst In die Presse gekommen ist Ging das überhaupt los Dass es dann diese Hetze Ein bisschen stattgefunden hat So Weißt du Dass es dann überhaupt Eine kriminelle Sache wurde Und irgendwie so Weißt du Obwohl ich natürlich Sag mal sie hatten auch recht Ich meine wir waren auch kriminell Wir haben ja klaut Alter Ich meine wie solltest du sonst Alles besorgen dafür Ist ein teures Hobby Weißt du Ja ja Also krimineller als die Die so eine Zeitung machen Kann es ja schon gar nicht sein Weißt du Da fängt es ja schon an So Es ist natürlich Ja man sucht immer einen Sündenbock So Man merkt es Es kommt Die Artikel sind Also du kannst ja Kennst ja diesen Artikel Von damals 95 Da war glaube ich So ein Guy-Panel vorne drauf Ja aber es gibt Viel schlimmere Sachen Was ist denn passiert seitdem Also jeder lacht euch aus Milliarden Investiert Digga Heute wird Mehr im Alter Als je zuvor Digga Da scheißt doch jeder Auf die Was die da machen Alter Die werden ja viel schlauer Wenn sie Einfach sagen Du Ich wollte mal wissen Du hast ja sowieso Eigentlich Auch Pieces gemacht So Wand Pieces Ja Ich meine es muss ja Irgendwann mal Den Schritt gegeben haben So von Von Bomben Und Tags machen Und hin und her Also Auf Wände zu gehen So weißt du Und dann auch Nicht alle haben diesen Schritt Ja gemacht Auf Wände zu gehen Und Pieces zu machen Ich meine Du machst ja heute Freshe Pieces Weißt du Dankeschön Eigentlich nur noch Also da weiß ich nicht Du machst noch Trains Ja sehr coole Dinge Auf jeden Fall Im Inland Im Inland nicht Ja ja Ah ok Aber ich gönn mir doch mal einen Urlaub Ich mag auch gerne Das auch zelebrieren Für mich geht es da nicht Um Modell Oder sonst irgendeine Kacke So jetzt haben wir wieder Den Faden verloren Wo waren wir denn gerade mit Wir waren von Möchte ich einen Bomber Oder möchte ich Style Also Style Pieces malen Ihr Tragen von diesem On The Run Magazin Damals Ich weiß nicht Hieß der Lade Nicht Grauzone Sondern Ja Da war glaube ich Bülowstraße New Noise Und da gab es damals Die On The Run Hefte Diese drei legendären Daran hast du dich Erstmal orientiert Und dann war der Ok Mein Interesse ist nicht Bombing Aber Also du konntest Noch nicht mal ein Bombing Aber man hat sich gesagt Da möchte ich mal hin Also das Ziel war quasi Gefühlt unerreichbar Deshalb umso mehr Musste man sich anstrengen Und dann alles Was auf diesem Weg Dahin Dazugekommen ist Daraus hat man gelernt Und entweder man ist Abgesprungen Weil es zu hart war In der Zeit halt Oder man ist dabei geblieben Aus Liebe zur Sache Oder kommt zurück Oder so Ich meine es muss ja Krass gewesen sein Der Flavor sozusagen Im Osten zu malen Wo es natürlich Auch bestimmt Auch hart zu geht Na klar Aber dann zu so einer Orte Wie Hallisches Tor zu kommen Oder sowas Weißt du Da haben wir doch vorhin Schon drüber geredet So ein bisschen Na ich bin mal Es gab mal so eine Ich glaube Breakdance Oder Hip Hop Veranstaltung In Naudienritzer Das muss 95 gewesen sein Also so eine Für Ossi ist keine Zeit Um nach Kreuzberg zu fahren Digga Ich hatte so einen braun NVA Trainingsanzug Also so einen Kackbraun Wo selbst meine Mutter Sich sicher war Das zieht ihm keiner ab Also mit so Und dann Geld so in die Socken So Und dann so Hoffentlich kommen wir rein Und dann war es da so Na und in Ritze Da drin war das erstmal So ziemlich egal So weißt du So wer ist die Aber man muss Weiß man sicher So Geld Wenn sie mir jetzt Abziehen wollen Dann ist das höchstens Der Schlüssel So Aber das war einfach So der Drang Ich möchte Das sehen Auf diesen Partys So Das ist meine Jugend Ohne dass ich das jetzt Explizit geplant habe Wir haben Das aufgesungen Ey da hat irgendjemand erzählt Da soll eine Party sein Nix Internet Nix Weißt du so Ja ja klar Du warst bei Mit Y Begonnen Kreuz so So Oh ja das ist jetzt Irgendwie alt Ein bisschen Und wir fahren jetzt Erstmal ein paar Stiler Machen Und dann hat Y Damals quer mitgebracht Äh Und dann Und ich gesenk Und dann sind wir Quasi jedes Wochenende Los Auto rein Immer gleich Auf Feueranschlag 180 durch Äh Und alles abgegrast Was so Was da war Ne Ohne dass Wir es vorher wussten Und das war eine Verdammt geile Zeit Die war einfach so Auch ein bisschen weg Von Berlin Und eigentlich Hatten wir da unsere Ruhe Und wenn es gut lief Sind wir auch abends Mal zurückgekommen Dann in der Nacht Und haben dann gleich noch Schöne Weile im Backjump Auf dem Bahnhof gemalt Den wir dann noch Verfolgt haben Bis Bornholmer Damit wir kein Foto kriegen Von der Scheiße Weil die Bahn In Bornholmer Gerade rausgefahren ist Hat man einfach Das war geil Das war irgendwann Auch mal zu Ende Aber mit Vers Haben wir da Vers tut er Und so Das war Das war dann auch Gleichzeitig Diese Das ist dann so Fließend ineinander Übergegangen Zwischen diesen Mal Dieser Mal Epoche Die so bis 96 So geboomt hat Und dann wie gesagt Haben wir gesagt So kam da ein bisschen Wachschutz Und das System Hat sich ein bisschen Geändert Dann sind auch mehr Leute Auf Partys gegangen BKZ Und es gab Ja genau BKA Aber diese Partyzeit BKA Das war quasi der Wo ich in die Westszene So dann komplett Na nicht aufgenommen Will ich nicht sagen Aber ich war da Ich war da ein Teil von Das waren meine Freunde Da war nicht Ost Das war nie ein Thema Bei vier oder so Das ist der Ostler oder so Und wie gesagt Wir sind zusammen Da waren auch Shaw noch dabei Fock war auch immer Am Start Wir waren locker Mal so 30 40 Mann Aus Das war die Meute Zeit Die Meute ist Wohlenende Und jetzt ganz kurz nochmal Weil jetzt Vorhin habe ich es vergessen Weil du vorhin Von den Abziehen Und so gesprochen hast Nock Kennt ihr noch Nock hier Von DK Früher Der Riese Klar Les Ja man Wirklich guter Junge Und sein Kumpel Fahir Damals War so ein kleinerer Der hat mal Mein Kumpel Spuk In Höhnuch In der U-Bahn Für einen 10er Dope abgezogen Dann Hab ich Nock angerufen Weil wir Vorout mit Vers Und so Und dann haben wir So gequatscht Ich sage Digger Guck mal hier Der Kumpel hat jetzt Den kleinen Spuk Abgezogen Und so Und er so Ich kümmere mich drum Und wir kommen zum Vorout Da musste Vor ihr quasi Rede und Antwort stehen Da dachte ich so Alter Wir sind Ossis Weißt du Aber der Der hat einfach respektiert Dass so jemand wie Vers Oder Seng Oder Duta Wenn die mit uns sind Das Dass das okay ist Ja genau Ohne das dann Ost-West-Ding so Ja ja Und das war einfach Das sag mal Da sind viele Damals mit Doboy Oder Asche Und Tesch Und Digga Das war eine Generation Das waren schon die Nächsten Die Youngstars Und wir waren aber gerade echt Im Party-Modus Und alle zusammen Bringt dann auch wieder Carlos ins Spiel Ne so Sag mal Das hat damit alle Das hat alles seinen Lauf genommen Ja ja Fresher Style Sag mal Ohne Graffiti-Ratter Hätte damals keiner Seine Hose in die Socken gemacht Keine Jute-Beutel Pieper Wir brauchen nicht reden So weißt du Alle haben davon ihren Schnapp gemacht Nur die Writer immer nicht So weißt du Ja ist so man Ist die Letzten Die alle Super Rapper Nix kriegen sie auf die Kette Weißt du Von denen Die alle Millionen Schiffelt haben Die haben nicht mal Geschafft eine Wand An einem Jugendzentrum Bei sich Im Ort zu bauen Ja Die reden von Hip-Hop Alter Ja also so gesehen Das stimmt ja Du hast ja in deinem Laden Hast ja eine Wand da So weißt du Auch das ist ein Krampf Weißt du Aber das wollen wir einfach Nur zurückgeben Es ist einfach schwer In Berlin Irgendwas auf die Beine zu kriegen Und wenn du denkst Was ist denn die Forderung Für Kreativität Eine Wand Dann kommen die gleich so Ja wir haben kein Geld Alter Dicker Wir haben Acht Milliarden Zementwände In Deutschland Und in Berlin Die stehen schon da Die kosten ja nichts Es geht nur darum Dass der Idiot Mit seinem Schlips sagt Das können wir Das Graue nervt mich auf Macht das mal bunt Alter Da denkst du Das ist doch bescheuert Weißt du Aber jetzt mal zurück kurz Weil wir haben ja Vorhin über Bock Und so geredet Ich möchte mal noch ein bisschen Auf die Bombings Oder überhaupt Bilder Zurückkommen Ja Gibt es da bestimmte Pieces oder so Die dich wirklich besonders Also die Besonders am Herzen liegen Oder die dich beeinflusst haben Da gibt es Da gibt es auf jeden Fall mehrere Sag mal Naja die sind ja damals Auch immer schon Auf der Leiter gestiegen Und haben unnötigerweise Die erste Schicht War ja noch nicht mal bemalt Aber die haben ja quasi Gleich oben gemalt So sichtbar für alle Und das krasseste Was ich von denen hier sehen habe War Kennst du Wenn du Alex rausfährst Mit der S-Bahn Richtung Hackischer War doch links Diese Passagenhaus Dieses Riesenhochhaus Da haben die mal Die Rüst dran gebaut Ich träume immer von dieser Wand Und da Damals Zu der Zeit Haben doch Bova Men und Bock Immer so die ganzen Tower bemalt Und da waren die Rüst dran An diesem Haus Wenn da Alex rausgefahren ist Und die haben das ganze Die haben das ganze Ding Vollgemacht damals Wir reden so von 95, 96 Der hat ein riesen Bock Dran gewesen Genau Alter krass Haben sie natürlich wieder gebufft Aber das konnten die ja nicht so lassen Und dann hat der eine Zeit lang Viel mit Leid und so gemacht Wie gesagt Da ist auch Akim Wieder so ein Connector Der taucht halt überall auf Der hat wirklich Leute Generationen geprägt Ohne zu sagen Hallo ich bin's Ich will euch was sagen Man hat einfach Das Wissen aufgesorgt Der hat einfach gesagt Geteacht Ohne zu sagen Dass er dich teacht So weißt du Der hat gesagt Ja komm Und der hat von allem Den Knarre So jeder Okay alles klar Der war genug Gangster Und genug soft Und genug offen Wir kommen Ostkreuz Okay der ballert da erstmal So ein paar Prolz Mit der Gasknarre Vor die Fresse Und wir so Okay wir kriegen bei uns Auf die Fresse Weil wir Korthosen haben Ja ist klar Wir brauchen erstmal eine Knarre So weißt du Naja und dann so Das meine ich so Dann kommt der zum anderen Okay jetzt wollen wir ja auch Nicht mehr abgezogen werden Eigentlich was machen wir denn Jetzt können wir ja eigentlich Auch selber abziehen Weißt du Und der war ja auch Die miesesten So guck mal Ich war mal mit Pool bei Ben Haben wir das so Schön gechirrt Und dann kam einer So Dosen kaufen Für 100 Mark Gab es immer 15 Dosen Oder so Und der hat so Für 200 Mark Von Mutti So eine ganze Sporttasche Voll mit Bältendinger Und wie ihn gleich so Richtig mies vorgelabert Und Pool so Ja ich hab ne coole Stelle An der Leinen Wir können zusammen malen Digga wir sind mit dem Typen Von Spandau Bis nach Karlshorst gefahren Unten an diese Leinen Der stellt die Tasche in Pool hält ihm Ja man Pool hält ihm so Knarre an den Kopf Und sagt Du kannst dich verpissen Er ist hier Rand um sein Leben So Da haben sich immer noch Die Dosen hintragen lassen Ja man Bis nach Hause Bis nach Hause Richtig geil Und auf der Rücktour Dann siehst du Da malen unten welche Lass mal hingehen Hast du ausgefunden Wer das war Nein Das ist so völlig unbedeutend Irgendwann steht er bei dir Im Laden Er sagt Hey da gehst du mal zu klären Der war nur einmal malen Kannst du ihm zurückgeben Ich glaube der hat danach aufgehört Kannst du ihm sagen Kannst du für 200 Mark Dosen haben Den Blick hättest du sehen müssen Er hat in seinem Leben Noch keine Pistole gesehen Oh shit Und dann sind wir zurückgefahren Wir sind auch in Rummelsburg Unten war so eine kleine Wand Wo ab und zu mal auch Biest uns so gemalt haben An so einer Schule Kannst du dich noch erinnern akut Na klar man Natürlich Und da haben welche gemalt Und wir so Biest von DWO meinst du Richtig Richtig Köpenicker Legende Muss man sagen Nach BMS Die mit ESK angefangen haben Die Das war schon Gleich nach der Wende Ja man Und da haben wir welche gesehen Rummelsburg unten Dann malen die da so Und dann so Ja wir haben jetzt zwar Eine Tasche Dosen Aber lass mal gleich da hin Und dann haben die uns schon Im Dahinlaufen So gepeilt Völlig selbstsicher So mit ihrer Tasche In der Hand So uns entgegen So Und dann zieht der Typ Eine Knarre Und Puhl so Ey cool Eine Knarre Danke Und der so Äh Der ist ja einfach Selbst die Knarre abgezogen So Und dann so Ja gib mir eine Tasche Ja so Oh vorbei Richtig miese Nummer Und dann haben wir so gemerkt Ja eigentlich ist es ziemlich geil Also Abziehen ist auf jeden Fall Cooler als abgezogen werden Und dann ging das nämlich Gleich alles über Dann haben wir nämlich danach Die BND Leute kennengelernt Aus Riesheim Von Gejagten zum Jäger geworden Ja man Und die Die BND Leute hatten schon ihren Ruf so Das waren eher so die Ja die kannte man so Als die Gangbanger Aus dem Osten So Die haben immer Alle schon Replay Jacken angehabt So Air Max Und so Aber Alle irgendwelchen Leuten Abgezogen Und dann haben wir so Haben wir so einen Jugendclub da Kennst du den noch akut Das war irgendwo Storkor Da bist du durch diese Metallbrücke gelaufen Und da war am Ende So ein Jugendclub Ich weiß nicht mehr Wie der hieß Da war auch eine Hall of Fame da Richtig 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 Bevor wir überhaupt zusammen Gemalt haben Waren wir einfach schon immer So eine Party Crowd Und das malen war quasi Das Zubrot Alle zusammen Wir hatten alle wirklich Wir kamen aus allen Teilen Von Berlin Aber alle hatten so Das Mindset Friedrichshain Okay die sind hier so Die richtigen Ghettoatzen So aber Aber so Auch schon mit Carlos An Weißt du Ohne dass man Ich sag mal Die hatten Das sich auch selber besorgt So geil dass du sagst Friedrichshain Ghetto jetzt Wenn du jetzt mal Düber nachdenkst Ja ja Digga Wir haben Korner Ihr habt akut Du kannst dich bestimmt noch erinnern Wir haben 96, 97 Korner gemacht Hackischen Markt Als es noch richtig Ghetto war In diesem vietnamesischen Imbiss unten Da haben wir noch Korner gemacht Digga Da war so Ghetto Und als diese Straßenschlacht Da war damals mal Als dann die Bullen Quasi mehr Aufgeboten haben Als Die 100 Wann Aufgedruckt Digga Mehr So viele Bullen Hast du am 1. Mai nicht gesehen Aber das war ja eigentlich so Dass es ja Das erste Mal gab Da waren nur zwei Kleine Sixpacks da so Genau Und das haben alle Am steinig Da war Riot Da ist das außer Kontrolle geraten Da haben natürlich ein paar Schlauberger gedacht So okay Das machen wir jetzt Nächstes Wochenende nochmal So und dann waren natürlich So viele Bullen da Das ist gar nicht Ja war aber Also es war ja Vorbereitet so Weißt du Also auf das waren die Nicht vorbereitet Ich kann dir sagen Aber es war trotzdem Das war das erste Mal Was in der Zeitung Weißt du Digga Ich saß Montag In der Berufsschule Völlig verpennt Und die Meine Klassenkameraden Neben mir so BZ Bildzeitung Und so Titelseite Und so Vor allem kam das auch so rüber Wie so eine politische Sache Oder so was Riots Ich weiß ja nicht wer das war Den Wagen Den Wagen den Moos Und so zugetekt haben Genau Richtig vollgebombt Das Ding Richtig geil Die haben den verhaftet Und von draußen vollgebombt Die anderen gehen rein Ziehen den raus Und so Weißt du Und da haben die Bullen gemerkt Okay das eskaliert ganz schnell Richtig Und dann hat ja Heidauer noch Diese Bauzäune Vor die Straßenbahn gelegt Auch Da ging ja gar nichts mehr Die standen ja bis Prenzlauer Berg Die haben noch das Gerüst Runtergeschmissen Auf jeden Fall Und dann Dann hat man eine Deck Krass mit den Steinen hier Können wir auch jede Scheibe Procken Ey das Ding war Du standst Ich stand draußen so Und das war innerhalb von 5 Minuten Da hast du angefangen Steine zu schmeißen Erstmal eine Bierflasche Dann noch eine Bierflasche Dann 10 Dann Steine Und dann hat jeder Es ausgeraht Jeder hat geschmissen Und du hattest nur noch Wegfahrende Autos Quietschen Alle haben ihre Autos In Sicherheit gebracht Ich werde es nie vergessen Es sind von da Wo die Nutten immer standen Die ganzen Straßenbreite In Vollmontur Wie 1. Mai Andere Seite Digga es war Alter die haben mir gedacht Die Apokalypse ist hier Was ist los Alter Aber muss man auch sagen Im Nachhinein Haben wir das Ding da richtig zerfickt Also für so ein Spontant Wir sind mal so 100 Mann Party Crowd Jetzt Eigentlich hat man nur Langeweile War ja keine Party Weißt du was Mich aber gewundert hat So an dem Tag Woher das Fernseher kam Weiß ich mal Die Hörner Polizeifunk Die Hörner Polizeifunk Als die Bullen da quasi Die Straßenplatte gemacht haben Bin ich und mein Kumpel Porno klein Einfach losgebottet Wie die Wilden Durch Hinterhöfe Tür auf Tür rein Und zack Waren wir in der Table Dance Bar Easy Und wir chillen hier erstmal Also war auf jeden Fall Der beste Ausklang des Abends Kann ich euch sagen Und wir Die Waren die dabei waren Die wissen wer dabei war Und wer davon nur erzählt Nicht wahr Ja stimmt Das wird heute oft Als ein großer Move erzählt Ne sozusagen In Rap Kreisen Ja ja auf jeden Also ich hab das schon mal Irgendwo gehört Dass die dann sehen Ja das war der große Move Dies das Eigentlich war es jetzt nicht Also da kann man wirklich sagen Da war Das war nicht die Ja aber sowas haben wir Jedes Wochenende eigentlich gemacht Ich wollte gerade sagen Ja genau Das war Standard Standard Einfach so Weißt du Da haben wir auch alle Ich sag mal In Berlin auch so ein Jam Das war so eine Generationsübergreifende Sache Da hatten wir alle so Dieses Wie wenn du zur Jam fährst Egal ob du mit dem In Berlin Stress hast Da sind wir Berliner Und da hatten wir alle zusammen Und das war genauso Diese Crowd Diese 100 Mann Wo jeder jeden kannte Über 5 Ecken Aber nicht unbedingt jeder wusste Was du malst Aber wir waren alle eine Und die Jams waren ja noch schlimmer In Westinland Weil da ist ja nur nichts passiert Immer Weil die das nicht kannten Weil da bist du ja in die Tanke gerannt Hast die Tanke außeneinander genommen Also pass auf Wir sind angekommen Wir sind mit Viers Von Viers Mutter glaube ich Mit einem gelben Twingo Ja man Zu fünft Ja Nach Stuttgart gereist Zu einer Jam Mies eng Da konntest du so die Sitze Nach hinten machen Da war ich gemütlicher Aber zu 5 war mies eng In dem Auto Und Ork hatte ein 2er Golf Und der wollte aber Auf der Autobahn Noch einen Bon rochen Dem ist dann so schlecht geworden Der hat alles voll gekotzt Die mussten erstmal Pause machen Mitten in der Nacht angekommen Da war nichts weiter Wir haben einen Bahnhof gecheckt Nächsten Morgen Die ersten die aus dem Zug aussteigen Sind Gin Pico Deck Kurzer Smalltalk Ey da Krass Da ist so ein Kunstbedarfsladen Genau gegenüber vom Bahnhof Die wartet bis alles aufnacht Und dann sind die los Alter mit all die Tüten Die Verkäuferin hat die gesehen Die hat einfach runter geguckt Und die hat die haben rausgetragen So verkaufen wir auf der Jam So Aber wo ist die Jam Wir müssen erstmal in so einen Hyperplan So weißt du Okay Aber bis dahin Ich sag mal Ich sag mal Ich und vier Und Wechsel Wir sind schon vorgefahren Haben schon mal erklärt Wo müssen wir eigentlich hin Auf dem Weg dahin Ist glaube ich Jede Tankstelle leer Dann sind wir auf diese Jam Da haben Beises und Loomit eine Wand gemalt Hinten Digga Die Türsteher haben geguckt Da haben gesagt Die haben dann abends Einfach als Glossing da drin So mit Breakdowns Und alle wollten ihre Copics Die wir geklaut haben So verkaufen Da haben die Türsteher gesagt Hier kommt kein Berliner rein Alter was jetzt hier Was ist denn los hier So weißt du So Und dann aber so Pico so Ja komm wir fahr erstmal da hin Und so Und dann einfach so Halbe Stunde später Hat er einfach Steine genommen Und die Fenster eingeschmissen So und dann so alle rein Und dann so Ja wir sind drin Da haben Grille Und so hat noch Text Auf DIN A4 Blätter Und die Leute so Ja ich brauche Voll so Groupies Richtig miese Nummer Ja und dann hatten wir einen Platten Da mussten wir erstmal Den gleichen Twingo suchen Der auch so eine beschüssene Gelbe Felge hat Und dann mussten wir die erstmal Nachts dann noch Damit Fiers Mutter Nicht merkt Und so Ich glaube dieser Wagen War von Annika Das war Fox Freundin Das ist auch möglich Das ist auch möglich Stimmt Ja dann habe ich Entschuldige Aber er war auf jeden Fall gelb Und wir mussten auf jeden Fall Ein Ersatzrad finden Das weiß ich noch So ja 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 die waren Und dann Battle of the Year War ja auch immer Sag mal Da waren wir immer Berliner Ja Alle zusammen Da war auch hier so Tock und Aria und so Die waren ja da auch Die nächste Generation Schon wieder Ja und mit denen waren wir Dann auch sag mal Wir haben uns einfach Fett connected da so Und da war Das hat uns Ja da hatten wir Geile Zeiten Aber jetzt mal kurz Weil ich Will dich mal fragen Wie wir haben ja gerade Über diese ganzen Gewaltdinger Und diese ganzen Versammlungen Und wie die Leute zusammenkamen Und alles sowas Weißt du Heute weiß ich nicht Ob die Leute so zusammenkommen Auf die Weise Weißt du Und das zusammen machen Zwischen den Crews Aber wie hat sich die Wahrnehmung Von Graffiti in Berlin So seit den 90er Jahren Verändert Im Vergleich zu heute So Wie siehst du das Es ist mit der Zeit gegangen So Also desto größer die Stadt Die Stadt ist voll Im Vergleich zu früher Früher bist du S-Bahn gefahren Und hast dir eine Stelle Ausgesucht Und dann hast du dir Gedanken gemacht Was malst du an dieser Stelle Um dass das auffällt So ne Oder wie kannst du Das Bild daneben burnen Dass das Ne So dass du einfach Auch für voll genommen wirst Man hat sich damit beschäftigt Heute ist das glaube ich So Egal Also Manche haben heutzutage Die interessiert nicht mehr Ob das das ein Bild ist Über was die rübermalen So Daik hat mal gesagt Ne Hall of Fame Ist so wie ich das gelernt habe Ich komm Hallesche Tor Da ist ein Foss Und ein Poetpiece Für mich klar Da male ich nicht rüber Da bin ich nicht besser Das interessiert heute keinen mehr Deshalb meine ich Werte sind leider Wie in der Gesellschaft Generell Und Internet Komm Pipapo Werte werden weniger Aber ich glaube eher In der Großstadt Und wenn man woanders hinfährt Findest du diese Werte Noch wieder Ja aber was sollst du denn auch machen Wenn die ganze Stadt voll ist So weißt du Und dann musst du einen Ort finden Dann musst du halt auch Über was rübermalen Ja und Daik meinte damals Mal eine Hall of Fame Ist für die Leute Die früher mal illegal gemalt haben Und dann Einfach aufgrund des Alters Auch aufhören Aber sich das verdient haben An diesen Wänden Coole Pieces zu malen Oh so eine schöne Ansicht Ja so Und die Die teile ich auch Die ist auch schön Aber heute Kannst du ja in Berlin Ja nicht bringen Also Das interessiert auch Von den jungen Leuten Ja Kinder Das ist nicht so Das meine ich Das wertetechnisch Einfach nicht so übermittelt worden Und konnte da noch Nicht so übermittelt werden Weil die Masse an Leuten Mit viel zu wenig Fläche Ist eine schlechte Formel Das funktioniert einfach nicht Und da hat sich das umgezwitscht Aber heutzutage Gibt es viel mehr Writer Denkst du nicht Ja klar gibt es Klar gibt es Und du siehst die alle Weißt du Na klar gibt es viel mehr Writer Aber Was ist denn Was ist denn für dich Und für mich ein Writer Verstehst du Und was ist für die 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 heute malen Ein Writer Ein Writer Das ist kein Hobby Die Lebenseinstellung Wie ein Musiker Der richtig Musik macht Wie ein Rennfahrer Der das lebt Ja Und dass man Schätzen gelernt hat Wie man So geworden ist Oder Das erreicht hat Was man heute erreicht hat Dass man sich das Selbst beigebracht hat Und die Werte Kann man auch wieder Übermitteln Aber wie gesagt Es ist wirklich Ja so ein Leider Sag mal Berlin hat Immer viel Potenzial Und Berlin hat auch Viel Potenzial Und entsteht auch Immer viel Neues Aber ich finde Da entsteht auch Ja es wird ja Nicht für voll genommen Manchmal entstehen Sachen Da Klar heute musst du Auffällig sein Es reicht jetzt nicht mehr In der zweiten Reihe In Silberpiece zu malen Hat sich entwickelt In so ein Mix aus Action Interessant Für die nächste Generation Die gucken sich Keine VHS Videotapes Sind für die Total langweilig Wenn 25 Minuten Ich sage nur To the game Flash U-Bahn Holger Malt Auf 25 Minuten La 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 Guckt sich von denen Heute keiner an So Aber wir haben das Die Feier Digga Vorher zurückspulen Bam 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 Aber jede Jede Generation Guckt ja immer Auf eine andere Generation Die vor denen ist Und dann lernt man daraus Und dann hast du noch Eine Generation dahinter Aber ich sage mal So heute kann ich dir sagen So 20-30 Jahre später Hat man keinen Stress mehr Mit den Leuten von früher Und da connectet man sich Auch ganz anders Wenn du Mit den DRMs Oder so Mikro ist auch eine Schnittstelle Der war damals Früher mit Soab ganz viel Und hat davon Auch gelernt Und heute Das sind alles Die Schnittstellen Die Leute Haben voneinander Gelernt Hat man auch damals Ich glaube ich Ein bisschen mehr gesehen Mit wem man so Gechillt hat Man hat sich immer so Die haben ihn gepusht Also man Nicht abgemalt Ich meine auch nicht Gebeitet Weil damals ja Sag mal Wenn du drei Fotos zum Magazin Jetzt schickt hast Hat dir dein Kumpel Schon gesagt Ey das ist Sellout Du mieser Schicksal drei So war Und da muss ich dann sagen Das war dann Über Soab Der war damals Der hat ja dann später Des 78 Der war so ein Kreativer Kerl Und sein Partner Damals war Rox Oder Score Krasse Style auf jeden Fall Sehr gut Die haben mies abgerissen Die waren Short hat mal gesagt Die waren ihrer Zeit voraus Weit Die haben aus dem Handgelenk gemalt Fluff Bambing Bamb Und das hatte so ein Flow So ein Mix aus Was Neuem Bisschen Dane Bisschen Check Das andere war Rox hat so Sachen gemacht Die habe ich vorher noch nie gesehen Also auf dem Sketch Der hat mit dem Kugelschreiber so Zack Aber ohne die Endung so auszufüllen Zack 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 Und dann hat der ein Ding gemacht Und dann dachte ich so Was ist das denn Völlig underrated Aber die haben damals Uns auch den Ansporn Nehmen jetzt nicht nur Gangbang Graffiti ist auch geil Und die haben uns noch mal Auf einem ganz anderen Level Da waren wir angespornt Besser zu werden Weil wir haben damals Viel Bombings gemalt An der Line Und viele Backjumps Und hier und die Und das Aber diese Königsdisziplin Bund Pieces malen Die haben wir Da waren wir angekitzelt Weil wir dann eine geile Hall hatten Die BNDNS Hall Das war ein Bullenrevier An der Frankfurter Allee Die Rückseite Vom Bullenrevier Ursprünglich war Sag mal Die Hall von Carrie Von BC Und BND war der ja auch Und wir haben dann zum Schluss Ein bisschen viel malt Das haben wir genossen Da war eine Wand Da konnten neun Mann Nebeneinander malen Nur wir Kein anderer Wenn da irgendein anderer kam Wo der abgezogen hat Auf die Fresse gekriegt Und neben uns quasi Das Haus gehört den Bullen Und daneben waren immer Die ganzen beschlagnahmten Autos Wenn die irgendwo Radzeil gemacht haben Und so Und da haben wir einfach Da haben wir uns Echt kreativ ausgetobt Und da sind so Leute Wie Mikro damals Hingegangen Und haben dann so heimlich Wie ich damals Neukölln Und guck ein Ticket zu So stand Mikro da um die Ecke Und hat dann Ah krass Da meint die Und ist dann nachts dahin Und hat quasi in zweiter Reihe So ein Mikro und so gemalt Und so Sieht man auf ihrem Foto Auf jeden Fall auch Ähm Und Da hab ich schon mal Stress Was meint der hier zweite Reihe Da war so Hä Was ist mit ihm in Ordnung Da musste Rox Dann ne größere Leiter holen Damit wir dann wieder Text da oben rüber machen können Und zum Schluss war so Eigentlich das Bullenrevier schon Miesülbomb So Hatten die auch keinen Bock mehr drauf Aber uns hat das Wie gesagt sehr Als Gruppe Mega zusammenschweißt Diese ganzen Digga Wir hatten Schulschluss Oder Arbeitsschluss Und dann 16 Uhr da treffen Und dann bis 22 23 Uhr Alle zusammen chillen Malen Da hat nicht jeder gemalt Dussel hier quatschen Joints bauen Abhängen Und Sachen planen Für einen Abend Oder eine coole Stelle Und wer zieht da vor Und ne so Wie sagt man Dieses Crewleben Was heute immer so Nach außen getragen wird Wie es sein soll Aber die wenigsten heute Kennen sich wahrscheinlich Untereinander Da wird der Der malt geil Der ist in meiner Gang Ne ne Also Wir waren früher Freunde Sind das heute noch Da hat auch nicht jeder Gemalt Da haben auch andere Ihren anderen Weg genommen Und sind wahrscheinlich Die mit erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten Aber trotzdem Wenn man sich 30 Jahre Nicht sieht Oder 20 Jahre Oder 10 Jahre Da ist nicht so Ich wechsle die straßenseitig Möchte dem jetzt nicht Tag sagen Sondern es ist immer Herzlich Freundlich Und das hängt damit zusammen Dass wir zusammen Viel Scheiße erlebt haben Diese ganze Jugend Dieses Lernen der Sachen Zusammen Einstehen Nicht wegrennen Wenn irgendwie Bullen kommen Und nicht wegrennen Wenn andere kommen Und kloppen wollen So ne Dann kriegt man eben Auf die Fresse Danach ist anders Das formt einen Du hast vorhin gesagt Drei Bilder Zur Zeitung schicken Und irgendwie sagen Jo Das ist schon Sellout Also ihr habt Fotos hingeschickt So ab wann Das ist ja erst später Losgegangen Die ersten Zeitungen Die es da gab Die waren ja alle nur West Eigentlich Obwohl ich natürlich sagen muss Ich hab schon mal erwähnt Dass ich mich erinnere Dass es damals Ein Eastsein gab Es gab eine von Kaff Crew Genau Ganz früh Die war nur schwarz-weiß Kaff Kitzen Dina 3 Dina 5 Dina 4 glaube ich Oder was weißt du Selbst jemand Von Swat Pussy Und Kaff zusammen Von wann waren die Weißt du das Das war 93 rum Damals war Andreas Weltskopf Der Macher von Swat Die saßen auf der Insel Damals noch Und da haben die Kaffer Mit denen zusammen Das Magazin gemacht Und da waren dann So Sachen drin Von BMS ESK Und Die zu der Zeit BMS war aus Köpenick Und die Kaffer So der da Ja das war Das erste Ostmagazin So Kann man Also für Berlin Sprechen jetzt Und dann auch glaube ich Wisse ich gar nicht Ob es das letzte war So in dieser 90er Epoche Aber viel kam danach nicht Ich hab auch nie mehr Was anderes gesehen Ich hab das gesehen Auf jeden Fall Und weil über diese Swat Partys War das natürlich Sag ich mal Damals ja auch Ein Treffpunkt Mix zwischen Ost und West Ja aber da ist auch Das ist glaube ich auch Mit Swat dann nicht Irgendwann weiter Die waren die Fördergelder Alle geworden Und dann mussten die Die Insel da räumen Und ach wie gesagt Das war alles Das war alles Scheiße So zu sagen Die haben ja auch Was Juted gewollt Und die haben auch Damals viel Connected Aber wie war das denn Du hast ja dann Also hast du auch Fotos hingeschickt Und so Ich war mal mit Zenk Bei Adrian Hab mir vorher glaube ich 14 Tage lang Eine Platte gemacht Welche Meiner Fotos Da wieder hinheben Aber ich habe Sofort gemerkt Es ist völlig bedeutungslos Sie werden sowieso Nicht in die Zeitung kommen Weil Adrian Ich weiß Wer ich bin So Und Zenk so Ja komm hier Und mit dem Wollt es bei Adrian Nicht immer so eine Rolle Gespielt hat Ja Aber wir waren Also wir waren Die No Neben Ostern Wir waren jetzt nicht Trash Oder Kaff Oder so Obwohl Kaff Zu der Zeit Werdet vielleicht Auch nicht darin gekommen Die waren halt zu Na so sag mal Haben es jetzt auch Nicht so leicht gehabt Und sind mit ihren Die haben ja krasse Dinger gemacht Aber es war jetzt Die Overkill war voll Weil die so gut waren Man musste halt jemanden kennen Wenn man da reinkommen Weil das haben wir also schnell gemerkt Ob ich da jetzt Bilder hinschicke Oder da rein möchte Interessiert niemanden Wenn ich da rein möchte Anscheinend Muss ich jemanden kennen Und dann war quasi Dass man ja Wir haben ja bei Vier gechillt Bevor wir ins BKA-Zelt Gegangen sind Und dann bei vier War Fog Und dann Schnittmenge Hier da Leute treffen Irgendwann gab es mal Kurzen Stress Mit Reef Im BKA-Zelt Ach wirklich? Naja Und dann Reef und Suche Und Sexy Waren mal da Um mich quasi Den Kopf kürzer zu machen Echt ja Und quasi Moos hatte noch Einen Gipsarm Und die sind Irgendwann so Mal auf der Tanzfläche Zu mir gekommen Und meinten Digga Heute gibt es Stress Ich sag Ja Wieso? Ja Reef steht da Und so Ich sag Ja und Ich hab ja nichts gemacht Ich kannte ja Reef Ja nicht So weißt du Naja und dann Hast du irgendwas gemacht Ich sag nein Und dann ist es weg Und Moos sind hingegangen Und meinten so Was ist denn los Digga Wenn du jetzt Stress machen willst Das ist einer von uns Und ihr habt das ja gehört Und ich war der Ossi Der quasi da neu angekommen war In dieser Gemeinschaft Und dachte dann so Krass Also Reef ist ja jetzt ein Name In Berlin Und dann so Wechs und so Die haben sich da hingestellt Und Moos so Ey es ist einer von uns Wenn du Stress willst Können wir machen Wir sind auf seiner Seite Und dann so Oh ne Na Reef war ja auch nicht Unbedingt jetzt Der Stressor Ne aber dadurch Hab ich ihn kennengelernt So das war Und dann Suke War ja auch RMA Und dann über Fock Und Pi Und Paar Und Tradala Haben wir auch ein paar Mal Zusammen gemalt Und irgendwann meint er mal Ey mach doch mal ein paar Fotos klar Mein Suke zu mir Und dann kommst du am Wochenende Und Reef ist da Und dann gucken wir mal Das war Overkill aber dann Genau Nicht Backjumps Ne Ne Overkill Genau Und dann bin ich los Zu der Zeit Habe ich ja viel mit Chill gemacht Und so Ich hab gesagt Digga Angerufen zu Hause Ey Du musst Fotos klar machen Von den ganzen Jungs Die MANs und so Mach mal Und ich hab bei uns gesammelt Von da und da Heute sagt er auch Keiner Danke so Aber Ich hab dann quasi Den ganzen Schuhkarton So Nike Schuhkarton voll gemacht Mit Fotos Und oben drauf lag Ein Soab Von des So türkis gefüllt Dunkel türkise Outlines Und gelbe Second Aber das war auf so 10x18 ausgedruckt Also so großes Foto Und Reef sitzt so Die so relativ groß war Diese braune Cover Da ist ja dann Das erste Mal Auch sichtlich Bewusst Sehr viel von Ostern drin Das war der Schuhkarton Der legendäre Schuhkarton Der dann bei Such auf der Couch Mal geöffnet wurde Und dann hat natürlich Reef sofort Fuchs wie er ist Auch erkannt Ein neuer Markt Richtig Ein neuer Markt Das wertet auf Die Pieces sind ja fresh Na klar Wie wir vorhin schon gesagt haben Man muss halt immer Mit der Zeit Dem Reef hat es auch erkannt Das war ja aber auch Die Zeit Die war ja angekommen Das gab es ja einfach Die waren einfach da Die Leute Die waren in der Szene Das war nicht mehr So der Ost und West Und so Das war nach mir Glaube ich Relativ connected Und bei mir War das quasi Auch ja kein Thema mehr Das war noch so Diese Ostkreuz Corner Friedrichstraße Corner So Ost-West Aber wir waren ja schon Die Generation Die bisschen jünger Also die nächste Dann kam Für uns war das Schon nicht mehr so Klar Klar ihr habt es immer mal wieder so Den ein oder anderen Unsympathischen Aber am Ende Ist das dann quasi Die erste Generation Die so vermischt Losgezogen ist Und das ist ja auch Bis heute so geblieben Sag ich mal Dass das nicht mehr Großes Thema ist Damals war Trash Bei BMQ Und war so Ein Ostler In der Westgang So dicker war Wir müssen uns jetzt mal Mit Poet haben wir das so Für uns war das auch wichtig Dass wir sagen So dicker Lass mal die connecten Und so Na klar weißt du Und Trash Aber ein feiner Kerl Da haben wir gesagt Komm rein Lass mal machen So was Und BMQ Muss man ja sagen Also das war ja Es gab ja viele Crews Die auch namenhaft waren Aber BMQ war ja Man wusste Jeder von denen Kann miese Bilder machen Auf jeden Wie waren früher bei SOS Ich hab das aber nicht so Bei SOS halt jetzt Das war so SOS Alles klar Das steht für sich Da brauchen wir ja nicht drüber sprechen Und das war dann schon Alles miese Toys Ja auf jeden Fall Ne also wenn man mit den Sachen Aufgewachsen ist Da kann man nur Zu der Zeit Mit den Dosen Dicker Da braucht heute keiner was erzählen Das kriegt heute auch keiner hin So weißt du Die waren Die waren auch Gibt halt alle 10 20 Jahre Leute Die sind Ihren Generationen Zwei Drei Leute Voraus Dass du das sagst Ich bin immer der Der sagt so Ey guck mal Diese Bilder von mir Voll toll Nein Gib das mal her Das brauche ich für hier und da Das ist toll Nein für die Zeit War das super krass Und bla Für die Zeit War das der Spirit Von der Zeit Total Das war eigentlich Auf einem hohen Level Aber wenn ihr euch Fotos anguckt Von früher Und dann sag mal Guckt ihr da auch so In den Hintergrund Des Bildes Wenn ihr zum Beispiel Jetzt zum Beispiel So in Arnds Felder Mal im Leer abgemalt Hast du ein Foto gemacht Diese Ghetto Coudre A Hier im Laden Hast du dieses Bild Was ist denn das Ein SA Oder ein Ein Flash Ein Flash Es ist zufällig ein Flash Ein T2B Das hatte ich ja vergessen Das Teil Als ich mir angeguckt Dachte so Also eigentlich ist es genau Das was du sagst Das Peace Hat mich natürlich sofort Daran erkannt Und ich fand es auch toll Aber das ganze Bild An sich Der Hintergrund Die Zeit Die Zeit Sieht man Das ist mir echt wichtig geworden Wenn ich mir Fotos Von früher angucke Nicht nur Das Peace spielt nur Eine untergeordnete Rolle Mir ist am liebsten Ich sehe auf dem Bild Auch noch das Drumherum Weil das spielt die Zeit Am besten wieder Weißt du Wie es wirklich aussah Wenn die heute von Ghetto erzählen Und irgendwelchen Rap-Texten Da kannst du ja drüber lachen Digga Also wenn die mal wüssten Wie wir aufgewachsen Digga Ich hab als Kind Hab ich mit Kohlen Auf dem Hof gespielt Und daraus Häuser Und so weiter gebaut Da gab es nichts anderes So viele Brachflächen Wie es gab So viele kaputte Häuser Und überhaupt Verlassenhäuser Auch gerade im Osten War ja krass Digga Da war ja die Zeit Hack ich am Markt Hast du irgendwo was In irgendeiner Bar Da sind irgendwie drei nackte Und drei in Leder Und der fünfte hat ein Joint Und dann ging irgendeine Tür auf Und da war dann Party So Was ist denn jetzt Und da drüber haben Welche gewohnt Wie Hausbesetzer Aber eigentlich Nichts Hausbesetzer Haben einfach eingenistet Da Und dann ging ja langsam Die Zeit der Privatpartys los Und dann war so klar Da werden wir ja nicht eingeladen Aber wir müssen da hin Digga Alter hier so Zehendorf Oder da Da ist man immer Okay wir sind zwar nicht eingeladen Aber ich hab einen Kumpel In meiner Schule Der ist da eingeladen Und los alle hin Digga Wir waren mal in Freestheim Und haben unterwegs Disney getroffen Und Gime Und wir sind einfach so rumgelaufen Und dann haben wir mal Musik gehört Haben einfach unten geklingelt Die Tür ging auf Und dann sind wir erstmal hoch Zack Privatparty Fette Hütte Alles voll Erstmal so rinnen Alles abgecheckt Okay Nochmal kurz Die ersten Stapel CDs Und Jacken mit runtergenommen Und gleich mal vor der Tür gebunkert Und dann lief draußen So ein Penner vorbei Mit einem Einkaufswagen Und er so Ey was macht ihr hier Und wir so Ey willst du was essen Er so ja Komm mit hoch Dann haben wir den einfach so Mit in die Wohnung genommen Die Wohnung Während dessen Die sich mit ihm beschäftigt haben Wer das ist Und was macht der in der Wohnung Haben wir das leer geräumt Und alles Wir haben einfach Immer nur nach unten getragen Von der Haustür legt Wieder hoch Bude leer Und schön weiter So spontan Weißt du Oh man Schlimm Schlimm Deshalb war wahrscheinlich auch der Grund Warum man nicht eingeladen wurde Aber so hat man Sein Taschengeld Immer easy aufgebessert Und hatte auch mal Ab und an neue Klamotten Ich sag mal so Reden ja auch immer Viele von Carlos Und so Digga Aber ich sag mal Wer hat die denn gekauft Also die die heute Welle machen Digga Ihr kauft euch Carlos Ist ja ein Lacher Also Wer früher ein Carlo gekauft hat Wurde ausgelacht Von uns In der Writer Szene Die hat man sich alle Umsonst besorgt Wo ich kannte auch die 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 gekauft haben Aber ich meine jetzt nicht Ich meine nicht Ich meine nicht Im Laden gekauft haben Wenn bei Fers und so Wir hatten doch Fers hier Der war doch der King of Death Alter Der hat sich doch alles besorgt Der hat sich doch alles besorgt Halli Hansen Jacken Diesen ganzen Mist Er hatte alles Und er hat es dann weitergegeben An so die Generation Talk Mare Ja genau Die haben dann 501 Amex mit Carlo in Schacht Dann ging es zu den Bängern rüber Ja die haben ja dann quasi Die waren ja nochmal Die Next Generation Bänger Da waren ja dann nicht die Bänger Die mal gesprüht haben Sondern die waren ja die Writer Die bangt haben Naja genau Denen hast du dann auch nicht erzählt So Da war nichts mit Rumquatscherei Da musstest du auch erstmal Daran vorbeikommen An den Jungs Aber die haben quasi Berlin dann wieder Die nächste Generation geprägt Gezeigt Dass es noch krasser geht Hohlkars noch und nöcher Also die TVU Sachen dann Alter was Ja stimmt Auf jeden Ja was haben die Was haben die Die AM auch Was haben die da Alter In Sachen Das war die nächste Generation Die schon wieder Mit dem neueren Zugmodell Fand ich Schon wieder einen neueren Style Raufgebracht haben Auf jeden Und da ist jeder Für sich so aufgefallen So ein Mikro ist halt Sag mal Style technisch Sehr aufgefallen Schon am Anfang Hat er eine gute Des Handschrift So mit von früher Aber Digga Was ist aus ihm geworden So Also hat der miese Was für eine Entwicklung Weißt du Oder auch Der DRM Asset Und so So Jeder hat so seine Zeichen gesetzt Die bis heute Ja wie wir vorhin schon hatten Hose in den Socken Jutebeutel Styles Darauf basiert echt viel Naja Ist so Bei uns gab es nur Hose in die Socken Damit war bei der Tanke alles Naja natürlich Aber die anderen haben es dann gemacht Um cool zu sein Der Spruch war damals Der Spruch war damals Hose in die Socken Schmalz in die Locken Den hast du doch Hohen Staufen An der Wandtafel gelesen Bei Monas Die guten gleich Besuchten Wege Alter Oh Gott Aber Muss Stanni Pass auf Letztens hat uns Wir waren mal BKAZ Und dann ist das mal So ein bisschen eskaliert Da war so ein Typ Der hatte so weißes Muskelshirt an Und hat damals So auf übelst Bullien Typen gemacht Und der hat dann mal Kennst du noch Slack Von früher hier So ein Kumpel von Duta Ja Sag mal Und ich glaube Shaw war auch So ein Kumpel von ihm Und Switch Und die wurden quasi Auf der Tanzfläche Von diesen Typen so Er dachte so Er ist Muskelero Und hat der Janisch gepeilt Dass das auf jeden Fall Sein Untergang wird An dem Abend Und hat dann auf jeden Fall Ich glaube ich Irgendwie Switch So angestänkert Angerempelt Und ihm dann Eine Backpfeife gegeben Und dann war so Mein Kumpel hat ja Die Kasse gemacht Im BKA früher Dann war sofort Licht an Mucke aus Und Dikker Also Da sind diese Wechs kam mir Entgegengerannt Mit so einer Marmortischplatte Und hat den Typen Gleich mal beerdigt Und dann Er hat das Einigermaßen Schlegerer Der und seine Fünf Freunde Haben so mies Auf die Fresse Gekriegt An dem Abend Mein Kumpel Kam dann von der Kasse Zu uns gerannt Hat die Hintertür Aufgemacht Hatte Verpisst euch Der Typ hat Vor zwei Jahren Wechs geschrieben Bei Instagram Ach was Dikker Ich feier Feuer Dass du auch immer So die Storys Unter deinen Wir haben uns auch Mal kennen Der hat den BKA Auf dem Mies auf die Fresse Schreiben die Schon bei Instagram Hast du ihn gefunden Ich weiß überhaupt Dass der das war Was denkst du Wie hat Technologie Und soziale Medien Diese ganze Graffiti Writing Landschaft Sozusagen Positiv Oder negativ Beeinflusst Ich hole mich zurück Wenn ich ausschweife Aber ich glaube Man muss Lernen Also ich war ja auch Immer ein sehr Harter Hardliner Aber man muss lernen Mit der Zeit zu gehen Seine Werte Nicht zu vergessen Und das neue Medium Auch zu nutzen Nicht fällt vom Himmel Haben wir vorhin Schon mal drüber Ersprochen So manche denken Die kommen dann mit 50 Back in the game Haben 20 Jahre nicht gemalt Drücken im Internet den Knopf Und sind dann präsent Ne sind sie eben nicht Ne Das ist Wir können ja nur Was weitergeben An die nächste Generation Wenn wir irgendwo Teilnehmen Und da Eine Zeit lang Habe ich mal mit Trick and Shit Und der meinte mal Irgendwann so Da war dieser Switch Zwischen Magazine sind jetzt Nicht mehr so Wie früher Ah geil Overkill Hard to burn Brauch ich Brauch ich Brauch ich Sondern es wird so Interessiert keinen mehr Dann gab es Streetfiles Myspace Streetfiles Und dann hat der mal Zu mir gesagt Digga weißt du Warum soll ich denn jetzt Mein Bild an Magazin Schicken Was 200 Leute sehen Wenn sich das im Internet 500 oder 1000 Angucken Und dann war so Da hat er recht Wenn du willst Wenn du willst Dass dein Bild Sehen wird Hat das ja damit Mehr Reichweite Dass wir natürlich Aus der Generation Magazin Das schöner finden So im Oder damals Vielleicht noch Als Hardliner Fandet man das schöner Wenn das im Magazin Ist Heute muss man Was heißt muss man Aber man Man kann viel mehr erleben Wenn man ein bisschen Nicht open minded Für alles ist Man muss immer sehen So Was steckt dahinter Der Ist jetzt So ein Hingeklatschter Strich Ist nichts In meinen Augen Immer noch nichts Aber es gibt Leute Die haben Diese Style Rating Was wir in Berlin Sag mal so Ein bisschen An New York Angelehnt haben Bis auf Einige wenige Sag mal Akim Escher Die haben andere Wede vorgeschlagen Heute wissen wir Digga die Typen Waren einfach Ihrer Zeit voraus Escher kann heute noch Alle auslachen Weil der hat nämlich Geburnt Weißt du Und wer ist jetzt Für mich wichtiger Der der immer Die ganze Zeit labert Und bla 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 Was der alles gemacht hat Oder Ena Hatten wir vorhin auch Oder man hat keine eigene Internetseite Ist auch nicht in dem Zeit Heute kennen die Leute Den immer noch Und wie viele Leute Möchten gekannt werden Aber werden ja nicht Für voll genommen Weil sie einfach Nicht mit der Zeit gehen Man kann nicht immer nur Also man kann schon Aber man Man sollte vielleicht Sich bestimmten Anderen Sachen öffnen Diese Ich meine jetzt Speziell auf Buchstaben gesehen Nicht Diese Berlin Buchstaben Ist jetzt Ist geil Feiern wir auch Und entwickeln wir auch weiter Aber das ist nicht Das Nonplusultra Digga Stand mal Doch Auf jeden Fall Nee 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 Guck mal Hör mal zu jetzt aber Guck mal kurz Ich finde Berlin hat die alle beeinflusst Der ganze Umschwung Alter Was passiert ist Im Style nach 2000 Hat Berlin ausgelöst Eigentlich Weiß ich meine Also dass Dass die alle Also sagen wir Aus Westdeutschland Oder in Europa Überall Griechenland Die Jungs Oder Paris Auch Die wurden alle Von Berlin beeinflusst Was wir da ab 2000 Gemacht haben Ja den Lifestyle Den Lifestyle Diese Ich glaube Er redet von den Pieces Ich meine ich habe ihm das Auch nicht geglaubt Aber er hat mir mal genau Pieces gezeigt Und mal gegenüber gesetzt Und gesagt guck mal Das ist dann Und das ist dann Willst du mir nicht erzählen Dass das Das beeinflusst hat Ich sag ja nicht Das ist ja der Baustein Ich habe ja quasi Ja nichts anderes gesagt Berlin Style Haben sich auch viele Als Vorlage genommen Und sich daran orientiert Weil sie es cool fanden Und weil es nach New York Das nächste war Was vielleicht so Für Aufmerksamkeit In diesem Buchstaben interessierten Kosmos so war Ja Aber Daraus hat sich was entwickelt Und ich meine Die die dann wieder gesagt haben Nur das ist geil Die fallen einfach hinten Vom Rad ab Weil man ja selber Du siehst ja selber Wenn du Guckst dir Instagram an Kriegst irgendwelche Typen Die machen einfach so Aus dem Farbeimer Fallen 700 Farben Auf den Dings Und denkst du Verdammte Scheiße Sieht das geil aus Also ist jetzt nicht Was ich machen werde Aber es gibt auch diesen Step Und da kann man auch mal hingucken Und genauso ist jetzt Guck mal Ich war in Neapel Auf der Back to the Slides Und hat dann Rewock gemalt Dicker da standen immer 300 Leute um den rum Und der ist ganz anders An die Sache ran gegangen Der kam an Hat mein Pieces gesehen Und meinte so Und ich hatte gerade Truss und Kone gegrüßt Und der meinte so Yeah Classic Berlin Graffiti Und dann meinte er so Als ich letzte Woche In Berlin war Hab ich einen Train von Kone Und Truss gesehen Fire Eckhart Da dachte ich so Also Du weißt selber Was der für einen Stellenwert hat Sag mal Ja so Dass der das für voll genommen hat Aber dann dachte ich so Krass der nimmt jetzt mein Bild Ich hab mir echt Mühe gegeben Oh Classic Berlin Piece Okay Und dann hab ich gesehen Wie der malt Also so Weißt du So wir ziehen vor Pipapo und Tralala Und dann hab ich gesehen Wie der vorzieht So ganz anders Und mehr auf Effekte Und mehr auf Effekte auch gelegt Aber am Ende Ist das was ganz anderes So würde ich auch nicht malen Akut So meine ich nicht Aber es hat auch seine Daseinsberechnung Und hat sich auch daraus entwickelt Aber er hat ein Next Step gemacht So wie Du oder ich Bestimmte Farben benutzen Ineinander rein Dafür hat er gesorgt Weißt du Dass Leute drauf aufmerksam Ey krass Ich kann so hier so Neon Effekte machen Oder so Einfach über die Outlines rüberfäden Hätten wir ja nicht Hier machen können Wenn so Leute da gewesen wären Und andere Leute sind dann Dann lernst du einen Most kennen Der sagt so Ja ist mir eigentlich alles egal Was wir hier so Bunt machen Aber ich möchte Die Outlines ziehen Ich möchte endlich Outlines ziehen Und das meine ich Das sind verschiedene Facetten Aber der Gedanke ist der gleiche Aber jeder hat eine Aus seiner Epoche mitgenommen Die Zeit Und geht dann mit der neuen Zeit Und das entwickelt sich halt immer weiter Und das verlierst du Wenn du quasi nur Starr auf die Alten Berliner Sachen guckst Weil Ja Die Welt ist halt größer geworden Würde ich sagen Du bleibst einfach nur starr Wenn du dich nicht mehr weiterentwickelst Und wenn du auch denkst Du hast das erreicht Und du bist am Start Dann ist das auch schon vorbei Aber ich glaube Dann hast du schon verloren Wenn du denkst Du hast das erreicht Dann hast du Du entwickelst dich ja auch nicht mehr weiter Und dann bleibst du auch bei dem Ding Und sagst Nee Das ist das einzig wahre So Weißt du Also so In dem Moment Wo du das gemacht hast Das Piece Was du da machst Oder das Stück Ist eigentlich dein Kopf Im nächsten Moment schon weiter Ja genau Und du machst das nächste Du machst den Piece fertig Und dann ist ja so Deswegen Ich verstehe was du meinst Wenn du sagst Ja doch nur so Berlin Style Classic Berlin Style So okay Weißt du Aber wer malt denn heute noch Classic Berlin Ist richtig Das gefällt dir halt so Aber wie du gerade geguckt hast War halt so Ja Scheiße Er hat einfach das so Bisschen abgecancelt vielleicht Weißt du Oder wie hast du das gemeint Ja ja Ich meine so Wenn du heute dir Bilder anguckst Von früher Früher dachten ja Oder haben ja viele dann immer gesagt Das sieht alles gleich aus Ja Aber guck dir mal heute Wenn du im Laden Auch die Fotoorder so durch Digga Wie Facettenreicht das war Jeder hat anders gemalt Ja für mich sieht ja nicht gleich aus Ja ja Aber damals wurde das immer so gesagt Ja na klar Wenn du kein Auge dafür hast Sieht alles gleich aus Und heute sehen wir bei unseren Kindern Sag mal Welche Medien benutzen die Wenn du da stattfinden willst Das meine ich damit Wenn du denen auch Werte übermitteln willst Und Buchstaben Dann der heutigen Generation Kannst du dich nicht aufzwängen So du sagst Ey Das ist das Geilste Ihr müsst das benutzen Ne Du musst Du musst die dafür Das Interesse wecken Also muss man nicht Ich meine Aber was du sagst Was ich krass finde Ist zum Beispiel Ein Unterschied Dieses in Szene setzen Ja Ich sehe dann was auf Instagram Wie du schon gesagt hast Ein Farbeimer kippt um Da sind tausend Farben drin Papp 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 Entsteht das da draus Keine Ahnung wie das gemacht hat Bei manchen Sachen ist es auch einfach getrickst Ja so Und dann sehe ich so ein Ding Und sehe wie er es macht Und denke so Wow Das sieht fett aus Weil Das Bild ist krass Ich meine ey Früher welche Kamera hätte so gefilmt Sieht alles super krass aus Dann ich so Okay Screenshot so Zack machst du ein Screenshot von den Pies Drei Wochen später Mach ich das auf Und sehe das Pies Guck mir das an so Und es haut mich überhaupt nicht um Ne weil der Effekt Das wird gemacht gerade Das ganze Ding ist weg So Und ich so Okay das sieht eigentlich gar nicht geil aus Das Pies so Also mich hat es auch gecatcht So Dass ich dachte so Wow Und das ist glaube ich so ein Trick bei Insta Und so Dass Leute das halt gecheckt haben Genau Dass du halt eher auch Follower Darüber kriegst so Dass du die Leute halt teilhaben lässt Ja da musst du natürlich auch immer konstant dran sein Und das darf man auch nicht zu Ne ich find's ja cool Weil du siehst ja dann Jemand der gar keine Ahnung hat Sieht halt wie der Typ diese Outline zieht Und wie er dieses Weißt du Einfach ein blaues Piece mit einer gelben Outline So Femmeer ist es nicht so Aber wie er es macht Ja aber das ist Effekthascherei alles Weiß ich meine Aber jemanden der es nicht kennt Dem wird damit klar so Boah guck mal wie jiffy das ist Weißt du Wie fett der das so aufträgt Und wie Krass das Will ich auch mal probieren Egal Style Rating Ist einfach Für die da draußen Die es nicht machen Oder machen wollen Zu anspruchsvoll Ne das ist einfach Zu schwierig Zu schwierig zu erlernen Super Super Ein simples Beispiel Da merkst du das eigentlich Früher Ne da war so ein Vorbild Sag mal Odem Voss Und dann Da war also klar Der Weg Gigantisch Werde ich vielleicht nie erreichen Aber ich werde dranbleiben Heute Ist für die meisten 15 bis 20 Das Vorbild Der Pepinabhängige Nachbar Der mal erzählt hat Er hat mal ein krasses Piece gemalt Ja dicker Das haben die ja in zwei Tagen erreicht Da liegen sie in der Ecke Voll wie die Nattern Das ist doch kein Weiß ich meine Und genauso Die heutige Generation Will das einfach sehen Die sieht das Und die wollen das dann machen Wie auf ihren YouTube Videos Weißt du Okay will ich machen Aber Style Rating Ist einfach Ein Lernprozess Und den kannst du nicht Auf einfach Es gibt Es gibt immer Leute Die manche haben 20 Jahre gebraucht Manche brauchen nur drei Monate Aber das ist ein Lernprozess Und nur Das ist Wie sagt man Wenn das dein Elixier ist Diesen Buchstaben Zu formen Dann Aber Ende ist es ja krass Was sich aus dem Wir sind alle mal Kids Und wollen Graffiti machen Daraus entwickelt Weißt du Aber Du lernst ja Mit der Zeit Links und rechts Fallen die Leute immer runter Weil die dann nicht mehr mitmachen Der Weg ist denen zu lang Die sind nicht erfolgreich Die denken auch morgen Oh geil Ehe ein Bild hochgeladen Und dann bin ich Millionär Mann das gibt das alles nicht Weißt du Hier musst du dir Auch in dieser Welt Musst du einfach dafür sorgen Ohne dass du dich Sell outest Das ist der Vorteil Den wir noch aus unserer Generation haben Dass man sagt Man macht nicht alles für Kohle Und nicht jeden Scheiß Wir wollen auch ein bisschen Real sein Wir haben das so gelernt Aber ein bisschen Zu gucken Über den Tellerrand hinaus Weißt du So Das habe ich auch Eher spät Wie sagt Meine Die mich alle So bis Die 2016 17 Da war ich noch Da Das gibt's Das gibt's Und andere interessiert mich nicht so Heute interessieren mich auch Viele Sachen Oder finde ich auch Viele Sachen nicht Da würdest du jetzt Gleich wieder durchdrehen Wenn ich dir Zauberwort Nenne aber Mach ich jetzt nicht Aber so ein Anti-Style-Zeugs Da Ja es ist Es ist da Du wirst Du wirst aber auch Leute finden Die sagen Ey Ich hab da durchaus Mal einen Ansatz gesehen Da hab ich gar nicht drauf geguckt Am Ende machen Guck mal Digga Weißt du Alles Diese Wertevermittlung Ist breiter Manche Eine hat auch gar Kein Digga Manche Leute hier Meinen 500 Trains im Jahr Die haben ja keinen Graffiti-Bezug Das ist völlig unterschiedlich Naja das Ding war so Früher wie wir das Wie wir das untersucht haben Das Ganze Weißt du ich meine Und die Liebe Die wir dafür hatten Und Respekt Glaube ich Weißt du Wie man Buchstaben entwickelt Wie man das Wie man das angegangen ist Die ganze Sache Weißt du ich meine Mit einer ganz anderen Aber bist du die Bist du die bewusst Angen Also ich nicht Also ich hab das so So aufgesaugt mit So aber nicht jetzt so Ich hab jetzt nicht so Ich muss jetzt Dem folgen So um Also ich war eher Für mich war es eher Unterbewusst so Wissen Aufsaugen Im fotografischen Gedächtnis Deshalb kann man sich An viele Sachen mehr erinnern Aber Ja ich hab das Aus meiner Warte nicht so Ich hab auch vieles Unbewusst gemacht Das ist mal jetzt Bewusst als früher Auf jeden Fall Du bei dir merkt man Früher hätte ich Würde gesagt Flash ist reingekommen Hat eine Standardcap Auf die Dose gemacht Und hat eine Outline Durchgezogen Dicker heute Zuppelt er sich einen ab Mit Skinnycap Und sowas los Naja aber das war Ja ich weiß Aber Das ist für Style Rating Würde ich sagen Also wer mit einem Standardcap Eine Outline machen kann Der kann's Ja Aber ich kann dir sagen Du Akut Ich hab Leute gesehen Die ziehen ungefähr So einen 0,7mm Strich Mit einer Dose Auf anderthalb Meter Das ist krass Ja Da Huch Kannst du erstmal gucken Wie gesagt Aber ich muss auch sagen Wenn du von den Peace Letztes Mal redest Da geht's auch darum Zu cutten So ja Ja das geht auch mit Fettgib Eigentlich Wenn man das kann Aber ey ich sag dir Ich kann das Ich übe das jetzt gerade wieder Weißt du Also auch mit gewissen Nicht cutten Cutten Wer hat Aber ich weiß Aber ich cutte jetzt Weil ich viel im iPad male Und da kannst du auch super cutten Aber da haben wir ein gutes Thema Ich möchte mal meine Meinung dazu sagen Zu diesem iPad Kann ja jeder benutzen Aber Jetzt pass mal auf Meine Feststellung ist Oder ich denke Das wurde jetzt erfunden Von jemand Der quasi kompatibel Nach Lösungen sucht Geld zu machen Eine App zu entwickeln Und die wird natürlich wahrscheinlich auch Von jedem Staat gefördert Bei dem Hintergedanken Ja der meint Die Kinder alle nur noch zu Hause Kinder hätten mehr raus Da wird der virtuelle Zug bemalt Und am Ende geht es darum Würde ich jetzt sagen Könnt ihr mir gerne widersprechen Dass in die nächsten Zwei Drei Generationen iPad malen Und dann sich quasi Jeden Monat Fünf Apps Runterladen Für 690 Wo sie dann die krassen Gangster Graffiti malen können Und dann geht keiner mehr raus Ja Und da meine ich Da stirbt ein Part von Und deshalb unterstütze Ich weiß Dass die Sachen fett aussehen Ja Aber Für mich ist das immer Ich komme aus der Zeit Drei Fotos Zur Magazin Sellout Und da steckt kein Gedanke dahinter Würde ich sagen Der unsere Kultur fördern soll Sondern das ist ein Profitgedanke Wie in Wie alle Sachen in dieser Welt Und deshalb meine ich Nicht Wir können das nicht ausblenden Es wird es geben Aber wir können Kids Oder Jugendlichen zeigen Wir machen das mit einem Stift Und dann Ich zum Beispiel So wie ich es gelernt habe Mit einem Bleistift Radiergummi Dann Mike Outlines Andere wie Des oder Score Also die haben halt nur mit Kugelschreiber Malt Aber jeder hat auch eine andere Sagt Für mich ist ein Sketch Mehr so Quasi schon mal Vorprojiziertes Nächstes Wandbild So Und für manche Das ist einfach nur So ein Zack So malig Ungefähr in der Kiste Das ist halt der Unterschied Aber ich finde Das ist einfach ein Hilfsmittel Was man nutzen kann So weißt du Und ich male ja trotzdem Das Piece Erstmal mit der Hand vor Und nicht einfach Im iPad drinnen Das hat nämlich Nicht den selben Swing Und so Mich hat es einfach Mich törnt es nur ab Zu wissen Dass dann irgendwann Einer damit So ein Schlipsträger Da sitzt Und sagt Geil Ich hab eine App entworfen Und jetzt mal Zwei Millionen Kinder Auf der Welt Denken jetzt Sie sind Graffiti Stars Deshalb will ich das Einfach nicht supporten Wenn die das machen wollen Dann sollen die mit dem Bleistift Das lernen Und die anderen Sind halt keine Writer Aber wie sagt Da bist du auch Ein Hardliner Ja Ich versuche es nicht zu verhindern Ich sage nur Dass es darauf hinauslaufen wird Dass das irgendwann Versucht werden wird Die Leute Wie in allen anderen Sachen Mit einkaufen Und dass sie nicht mehr raussehen Sondern lieber halt Auf dem iPad ein Graffiti malen Und wenn du dann siehst Das ist auch noch so peinlich Alter Dann denkst du so Leute laden sich dann So eine App runter Und dann fährt so eine U-Bahn Durchs Bild Und dann bemalen die die Und denken so Also eigentlich Weißt du Die können ja nur Weil wir so nett sind Wenn wir so echt Diese Echtzeit-Kommentare Machen würden Wie ich sagte damals Früher schon Sellout und so Weißt du So was ist doch Dicker so peinlich Alter Für unsere Für Also jetzt Aber ich bin Als Tool Als Ich benutze ja Illustrator Und sowas Also so eine Grafikdinger Für meine Arbeit Schon seit 20 Jahren Dann hör jetzt bitte auf Weißt du Und ich Irgendwann saß ich da so Oh ich kann ja meine Skizze Da reinboxen Und die noch verbessern Oder gucken Weißt du Also man kann sich damit entwickeln Wenn man das richtig benutzt Wenn wir jetzt davon reden Wie interessant ist es für den Der Zuhörer zuguckt Nicht uns Wie wir davon reden Sondern wenn jetzt Jugendliche Wie wir damals Interessiert über Beach Street Wild Die Sachen die man draußen sieht Wie wir die in der heutigen Zeit Animieren Sachen zu machen Also wir Oder ich spreche für mich jetzt Wenn ich mit 13 14 jemand gesehen hätte Der da am C64 ein Bild malt Den hätten wir mies ausgelacht Na klar Ne so Aber auch Natürlich Aber auch das hat uns weiter gemacht Deshalb sage ich Verschließe mich der Sache nicht Aber Da dieses Graffiti Ding Immer so gemolken wird Weißt du In jedem Rap Video Ist dann wenn der Oh ich muss jetzt mal wieder Ein paar Platten mehr verkaufen Ein paar Klicks mehr haben Ist Graffiti immer so Steht für Crime Und sie tut Aber die Typen haben keine Ahnung Weißt du In Insta Reels Da erzählt Bushido Er und Flair haben Graffiti Ja von DK Das ist so peinlich Bushido hat doch gar keine Ahnung Von Graffiti Weißt du ich mein Flair hat wenigstens Also wer denkt Dass Bushido gut ist Oder so Das ist auch der Dorf Ingo Einfach nur nicht Dass dieses Graffiti Ding Immer so gemolken wird Als sich alle daran bedienen Und keiner was zurückgibt Wie gesagt Nicht mal eine Wand Nicht mal irgendwas Das ist ein anderes Thema Da hast du recht Okay Also das heißt Ey Bushido Mach doch mal eine Wand Auf dein Grundstück Wir scheißen auf Bushido Mann Nein ich meine Wieso Er kann doch Er kann eine Wand machen Achso er hat das ja erfunden Ey Komm ran hier Gib Battle Was hat er gemeint Fuchs Fuchs hat er gemeint Fuchs Ja Achso Ey was du ich alles weißt Alter ist ja krass Ich glaube er wurde mal mies von Dauda Kennst du noch Dauda 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 hat ihn mies abgezogen Mann Guck mal Es gab doch 100 so ne Toys Auf meiner Schule Irgendwo in Lichterfeld Zum Beispiel Oder irgendeine Ja aber genau 100 so ne Toys Und die haben dann erzählt Später als wir uns Bisschen beruhigt haben Wie krass die sind so weißt du Dass sie es erfunden haben Ja da sind die Rapper geworden Manche viele von denen Und machen einen dicken so weißt du Und wollen sich einmischen So wollen sie doch machen Aber sie wollen sie doch Wenigstens mal Bisschen was zurückgeben weißt du Von dem ganzen Und nicht durstlich quatschen so Ja aber ich finde das Thema Hatten wir letztes Mal auch Mit so Wohnungsbaugesellschaften Die das eigentlich jetzt auch nutzen Um ihre Objekte abzuhypen Verstehst du Und Marketing zu machen Muss jeder wissen ob er da mitmacht Ja genau Da geht es auch nicht um Graffiti Ich mach das nicht Und dann gibt es aber auch Leute Die haben 20 Jahre lang gesagt Ich mach das nicht Und dann machen sie es Ich hingegen bin Ja vielleicht auch manchmal angeeckt Weil ich meiner Meinung Treu bleibe Das ist ja das Wichtige Man sollte schon im Leben lernen Was ist einem wichtig Auch im generellen Normalen Leben Und an der Sache Sollte man auch festhalten Und wenn man das liebt Was man macht Dann entwickelt man das auch Unbewusst weiter Ich mach mir jetzt nicht so viele Gedanken Ich hab so ein Über die Jahre gelernt So im Winter Hab ich so eine Erstmal Null-Bock-Phase So von November bis Anfang Januar Und dann krieg ich so langsam so ein Ich müsste jetzt mal wieder Ein Sketch malen Und dann hab ich erstmal so Zwei Wochen ein Jahr Kein Bock Ein Sketch zu malen Und dann denke ich Bevor jetzt so innerer Stress anfängt Es kommt der Februar Das erste Mal scheint Sonne Und zack Ingerucht Geile Idee Und dann ist meistens so Die erste Skizze Die dann so in so einem Frühlingsgemüt Passiert Der Aufbau Für das ganze Jahr Und ich mach dann so Quasi dann Wenn der Torpedo Gezündet ist Dann mach ich dir so 10 bis 15 DIN-A2-Sketche In 5 Stunden So Und dann ist quasi Dann hör ich ruf Das hab ich quasi Alles gesketcht Was in meiner Birne drin ist Und davon ernähre ich mich Quasi das ganze Jahr Das heißt Ich erinnere mich mal An diese Endung Ich erinnere mich mal An dette Baue verschiedene Sachen zusammen Und dann immer Step by Step Für manche ist es zu langsam Mir ist es auch nicht wichtig Ich muss damit kein Geld verdienen Weißt du Das ist mein Mein Leben Ist diese Buchstaben zu formen Und das Nicht aus kommerziellen Grund Und ich kann Du Wir können auch Wer ist der schnellste Sprüger Können wir spielen Los komm mach ich dir Mach dir Zwei Stunden Mach dir ein Ding hin Hast du vielleicht vorgestrichen Ja das glaube ich nicht Ja aber weißt du Meine Nicht Aufgabe Dit war meine Ich bin links Rechts Ich möchte Bomber Oder Style Writer werden Mit den Jahren Hat sich entwickelt Nur Party Ich hab jetzt keinen Bock Nur Leuten Auf dem Schädel hauen Ich hab auch keinen Bock Nur Post nach Hause kriegen Mit Meine Mutter denkt Was mit ihm Wir kriegen jeden Tag Hier eine Vorladung Zur Rechtsverhandlung Und was macht denn Mein Sohn Am Ende hat sich Rauskristallisiert Ich will malen Ich will geile Pieces malen Und dann Muss man einfach nur rausgehen Und dafür sorgen Dass man malt Das ist meistens die Ich bin gerne Ich hau nicht so auf den Putz Ich lasse gerne meine So wie ich das gelernt habe Die Werke für sich sprechen Und wen es interessiert Den interessiert es Manche Leute kriegen da auch Zuerst mal einen Zugang Und sagen Hätte ich jetzt nicht gedacht Dass du das gemalt hast Und alles andere Dass ich damit keine Geld verdiene Das will ich auch ja nicht Ich sag mal Was auffällt ist Dass man so den Drang hat Kreativ zu sein Ja man Schön wenn das dein Antrieb ist Auf jeden Fall Finde ich auch Dass Kreativität sehr wichtig ist Jeder trägt es in sich Und Es ist toll Wenn man Ein Ventil findet Um das rauszulassen Was In einem Schlummert Ich denke Wir sind am Ende Dieser Episode angekommen Sehr schön Dass du mit uns gesprochen hast Dass wir Mal Das alles Durch deine Brille Sehen durften Ja Dankbarkeit 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 Das war 030 An Cut Im Gespräch mit Risen Freut euch Auf die nächste Folge Bis bald Peace Berlin Rocks Du weißt Die Miesen Essen Toe Dor critic Bis bald Dez 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 Vielen Dank.